Ein Spiel, eine Herausforderung, zwei planlose Atzen, ein Kampf wie man ihn noch nie gesehen hat. Blut, Schweiß und Tränen sind geflossen. Doch wird die Freundschaft zwischen David und Schneile den bevorstehenden Prüfungen standhalten? Das ist Super Mario Odyssey, aber der Boden ist Lava. Film ab. Ja, guck mal, mein erster Vorschlag wäre jetzt, wir springen auf den Zaun und laufen dort entlang. Ja, ja, also das ist auch kein Geheimnis, das kennt man, glaube ich, noch. Das hat funktioniert. Hä, wie hat das funktioniert? Digga, als ob das im First-Try funktioniert hat. Das sah voll cursed aus bei mir. Nein, du hängst sogar kurz dran, du hängst sogar kurz dran. Aber gut, erster Versuch auf jeden Fall, ich muss mich nur noch dranhängen. Okay, ich häng dran, perfekt. Ach, dranhängen, das ist ja voll smart. Ja, du musst dich dranhängen, auf jeden Fall. Oh, du stirbst wieder. Okay. Ich warte noch hier lang auf dich. Ich kann schon mal ein bisschen rumklettern und so, das geht halt schon. Ja, es werden einige Tode wahrscheinlich, bis ich mich ranhänge. Ne, wir machen das jetzt First-Try, dachte ich. Mario Odyssey, aber der Boden ist Lava und wenn ich zweimal sterbe, muss ich alles von vorne machen. Ah, ja, let's go. Juhuuu. Und jetzt vorsichtig, ja? Ich finde, Cappy dürfte es erstmal ein bisschen einfacher werden und ich glaube, generell, das Hutland ist in Ordnung. Ich glaube, ja, 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 safe, safe. Okay, wir müssen einfach nur so schnell wie möglich nach vorne. Nein, bist runtergefallen. Ja. Kannst du die Sequenz auch ohne mich triggern? Ich hoffe, ich kann sie triggern. Also, wahrscheinlich schon, ja. Okay, es geht auf jeden Fall noch fit. Boah, einfach schön balancieren, Mario. Schön balancieren. Du kriegst das hin, du kriegst das hin. Oh, ich habe sie getriggert. Okay, ich habe sie getriggert, aber ich habe nur noch ein Leben. Wenn ich jetzt die Sequenz überspringe, ich bin tot. Nooo. Ja, ich bin gestorben, aber ich habe Cappy jetzt. Ja, okay, sehr schön. Das ist ja dann schon mal deutlich einfacher. Ja, bei mir lagt es zwischendrin halt. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ich kann es kaum glauben, aber ich laufe hier tatsächlich die ganze Zeit rüber. Egal, ich kriege das auch bald hin. Vertrau. Nein, nein, nein. Ho, ho, ho. Nein, 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 nein. Ich könnte versuchen, da drüben auf den Hut zu gehen. Das könnte schon mal klappen. Ja, let's go. Sehr schön. Ich sehe dich da hinten. Ich sehe dich in der Ferne, wie du da stehst. Real. Okay, aber ich sehe schon, du kommst langsam näher. Das ist gut. Das ist gut. Ich bewege mich zu dir. Nicht mehr lange und ich besitze Cappy. Du könntest mich schon sehen aus der Ferne. Ich bin ganz oben auf diesem Torbogen drauf. Hey, das sieht so geil aus aus meiner Perspektive. Ja. Warum wird es nicht getriggert? Ja, es wird getriggert. Puh. Let's go. Alter, soll ich dir mal einen Trickjump zeigen, Bro? Ja, bitte. Nein, das wollte ich nicht. Egal, ich gehe so rüber. Okay, es hat funktioniert. Wir sind wieder vereint. Wunderschön, Alter. Wir sind wieder vereint. Das ist doch toll. Ja, guck mal. Hier wird es schon mal einen Ticken einfacher. Erstmal, ja. Nicht zu früh, Freund. Pass auf, ich glaube, wir müssen auf das Geländer hier drüben, oder? Ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Ich habe es wirklich geschafft, Digga. Ich sehe gerade, ich bin schon wieder gestorben. Es hagelt. Die Todes ist so schlimm, wirklich. Okay, wie machen wir das als nächstes? Okay, ich habe es. Ich habe es sehr schön. Und ich lege jetzt den Hebel um. Warte. Ja, komm. Nein, nicht das da. Käppi, komm schon. Let's go. Hab den Hebel umgelegt. Sehr schön, Digga. Das ist auch klar, aber alles klar, Digga. Ja, let's freaking go. Oh mein Gott. Bro, worauf stehst du? Achso, du stehst auf dem Zaun. Ja, ich stehe auf dem Zaun. Natürlich, es gibt keine andere Option. Auch geil, Käppi redet hier von Goombas oder sowas. Aber hier sind gar keine. Weil hier alle verbrannt sind. Ah, guck mal, ich sehe dich da hinten. Junge, der Chiller-Modus. Sei bloß vorsichtig. Ja. Ich glaube, ich gehe einfach auf das Ding oben drauf. Ja, funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Jetzt habe ich aber ein Problem. Fuck. Boah, Digga, du hast es da oben. Hingeschafft? Hau. Komm, 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 komm. Wer traut sich zuerst? Ja, weil nur noch ein Leben. Scheiße. Oh, Mist, das war nicht gut. Nein. Jetzt bin ich dran. Okay. Weißt du, was mich richtig sad macht? Weißt du, bevor du den Bildschirm siehst, hörst du schon, wie du ein Leben verlierst. Ja, weil es das auch sad ist, dass ich immer noch nicht die 100.000 Abos habe. Deswegen abonniert jetzt den Kanal. Schnell. Nein, das war so knapp. Digga, Mano. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott, let's go. Ich bin im Hut-Turm. Alles klar. Wir haben einen neuen Checkpoint. Okay, ich bin schon mal durch die Tür drin, aber safe, voll safe. Nein. Alles gut, alles gut. Du bist hier safe. Let's go. Meinst du, der Frosch hilft uns hierbei? Ja, natürlich müssen wir. Müssen wir, glaube ich. Dann machen wir so. Oh mein Gott. Ah, hier wird es wieder schwierig. Ja. Du musst aufs Geländer. Also du musst quasi direkt am Rand hinten, dann aufs Geländer. Genau, perfekt. Ah, ich verstehe. Das wird, glaube ich, zu knapp. Es hätte prinzipiell geklappt, wäre ich gerade gerollt. Ja, perfekt. Okay. Ich habe es sogar schon ohne zweiten Cap-Jump geschafft. Sehr schön. Geil. Guck mal. Wie kommen wir da oben hin? Das wird schon wieder eklig hier. Jetzt gerade bin ich ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. What? Verdammt. Oh, ist das knapp, Alter. Nein. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Sehr schön. Wuhu. Okay, ich bin schon mal im Wasserbecken. Was geht ab? Was geht? Du musst hier oben auf den Block, wo ich stehe. Siehst du es? Ja, ich kann es sehen. Wie bist du da hochgekommen? Cap-Jump, Wall-Jump, dann mit Cap-Dive drauf. Genau. Ja, genau so in etwa. Genau so in etwa. Das Problem ist nur, ich muss auf das Gelände da vorne. Wie soll das denn bitte funktionieren, Alter? Ja. Oh, first try. Let's go, Alter. Langsam haben wir es raus. Also langsam haben wir es wirklich raus. Also ich glaube, nach dieser Challenge haben wir alle Trick-Jumps drauf. Erst mal einweisen lassen, Digga. Oh, oh. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, verdammt. Ey, das auf dem Zaun landen, das ist so heavy. Das wäre cool, wenn man mit dem Frosch auf dem Zaun landen könnte. Wait a second. Oh, ich hätte es gar nicht machen müssen hier vorne. Ich bin so ein Lelek, Alter. Also, Bro, ich habe gerade dazugelernt, glaube ich. Ich habe den Punkt geschafft, Digga. Ich schaffe das vielleicht doch noch. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich lebe immer noch. Oder ich habe gerade Gott gesehen oder so. Let's go. Und jetzt wird es wieder nochmal richtig eklig. Du kannst das. Du kannst das, Meister. Huuu. Bro. Ja, let's go. Sehr gut. Was willst du mir beibringen, Junge? Wuh. Boah, let's go. Okay. Einfacher als gedacht. Nein, I believe I can fly. Hier ist ein Herz. Nein. Nein, ich komme nicht ran. Ich könnte nochmal runtergehen, das will ich mich nicht trauen. Scheiße. Scheiße drauf. Ich brauche das Herz nicht. Ich brauche das nicht. Ich bin ein Strong Independent Schneide. Nein. Das war so knapp. Das ist halt so knapp, wirklich. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Ich bin so ein Pixel nicht auf die Scheißkiste gekommen. Da wäre ein Königsherz drin gewesen. Nein. Bro, ich hätte es quasi geschafft. Come on. Ich habe jetzt drei Leben, ne? Und bin hier auf diesen Blöcken oben. Ja, da war ich eben auch gerade. Mit drei Leben? Mit drei Leben. Oh, kacke. Das ist kein gutes Omen. Oh, nein. Du kannst ja gar nicht Käppi werfen. Oh, nein. Ich bin so blöd. Oh, nein. Ich bin kurz mit dem Frosch hochgekommen. Schmerzen. Im Herzen. Popperzen. Kerzen. Ich wollte es auch sagen. Ich bin mit dem Frosch durchgekommen, Brudi. Wuhu. So, du standst wahrscheinlich hier ganz am Zaun und bist dann so direkt rüber. Ja. Oh, Digga, es geht nicht. Sie fallen jedes Mal runter. Oh, mein Gott. Hallo, was geht? Ich grüße sie. Guck mal, ich bin auch hier oben. Puh, ich habe so Schiss, Alter. Was machen wir jetzt? Guck mal, wir beide sind gerade sogar oben. Ja, imagine, wir schaffen das jetzt beide. Boah, das wäre so stark. Ja, das sieht gut aus. Ich habe das Königsherz. Let's go. Sechs Herzen. Sechs Herzen. Okay, ich bin gespannt. Ja, aber wie kriegst du jetzt die Tür auf? Digga, nein. What? Wann kann ich stehen? Wann kann ich stehen? Was? Wenn man die Kartons kaputt macht? Wann kann ich stehen? Ja, ja, man kann ich stehen. Okay, das ist interessant zu wissen. Digga, ich kann halt nicht schütteln, ne? Ich kann halt nicht schütteln. Ich kann halt nicht schütteln. Mann, Digga, weil mein Motion Control gerade nicht funktioniert. Na, oh mein Gott. Ja, da kannst du drauf stehen. Nein, Digga, was machst du denn? Ich habe gerade zwei Herzen so unglaublich unnötig hergegeben. Ich hätte eine Idee. Okay, schieß los. Ich habe es geschafft. Mit vier Herzen. Ich habe nicht einen Herzschaden genommen. Bist du in der Tür? Ja, ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Und hier ist der Checkpoint. Ich habe den Checkpoint erreicht. Ich habe wieder sechs Herzen. Alter, sehr, sehr stark, Digga. Okay, das schaffst du auch. Das schaffst du auch wirklich. Okay, Bro, bin ich beglückt, ne? Oh, bitte, bitte schaff das jetzt auch. Komm schon. Ja, ich bin drin. Let's go. Ich habe den Safe. Boah, was ist passiert? Ja, irgendwie da ist eine Seitenblase, ne? Ja. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Beide gleichzeitig wie sick. Boah, das war gerade so wichtig, Junge. Okay, jetzt hier wird es wieder eklig. Pass auf. Wir müssen auf das Geländer drauf. Offensichtlich. Gibt ja keinen anderen Weg. Aber das Hochlaufen ist eigentlich okay. Ich würde sagen, einfach rein da. Okay, ich habe die Zwischensequenz. Okay, okay, ich bin im Fight. Ich bin im Fight. Ich bin auch im Fight. Let's go. Hier ist alles normal. Oh, alter Vater, wir haben es geschafft. Wir haben das Hutland durch. Aber sehen wir gerade denselben Boss? Ne, ich glaube, die sind nicht gesynkt. Die Bosse sind nicht gesynkt. Wir kämpfen gegen unterschiedliche, wie geil. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich habe meinen Boss besiegt. Oh mein Gott, wir haben das erste Kingdom geschafft. Alter, Leon, wir haben das Hutland geschafft. Ja. Nach über einer Stunde. Junge, ich sehe dich gerade. Es sieht geil aus. Ich bin auch drin. Let's go. Junge, es sieht so geil, wie du dich rüber beförderst, ne? Ist das wild. Boah, Digga, jetzt geht die Action los, Junge. Alter, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Aber ich denke mal, wir müssen uns irgendwie von Felsen zu Felsen hangeln. Oder... Ja, wahrscheinlich schon. Aber der Anfang sieht auf jeden Fall schon mal humaner aus. Ja, übel, Alter. Das sieht richtig machbar aus. Nicht so ein scheiß Gitterzaun. So, hier vorne ist ein Kettenhund. Komm her. Let's go. Ich habe ihn. Ja. Pass auf. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Mond holen. Let's go. Gar kein Problem, Junge. Bro, gar kein Problem. Let's go. Die sind gesynkt und du hast den für mich eingesammelt. Wie geil. Achtung, jetzt fällt das Ding um. Ich kann es wahrscheinlich live sehen, richtig? Ähm, Bro, das Ding ist bei mir nicht umgekippt. Bei mir auch nicht. Das Ding kippt nicht um. Wir könnten es so machen. Pass auf. Ne, da ist keine unsichtbare Wand. Ja, ich habe es geschafft. Geil. Ich kann auch mal den Mond jetzt in die Odyssey einsetzen. Das müsste bei dir jetzt auch gerade passieren. Ne, der T-Rex ist leider nicht da. Das heißt, wir können es auch nicht aufmachen hier vorne. So, ich zeige dir mal, wie ein wahrer Pro das macht, Bro. Okay. So, zack, zack, zack. Oh, er macht es richtig gut, Alter. Er macht es richtig gut. Let's go. Und dann gehst du hier oben auf den Stein drauf. So. Ja, okay, shish. Okay, das ist gut, das ist gut. Nein. Ja. Ja, mein Gott, ich habe mich getriggert. Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, okay, ist echt collect, ist echt collect. Willst du mir mal eine Leistung absprechen? Ja, genau das möchte ich tun eigentlich. So, hey. Wir haben uns beide gleichzeitig gesaved. Die Frage ist, was wir jetzt als nächstes machen. Es gibt ein paar Vorschläge. Ich glaube, wir haben Rand hoch, oder? Wenn wir hier rüber gehen, ich glaube, das könnte was sein. Willst du die Wolke aktivieren? Zu zweit müsste das ja machbar sein, oder? Ja, ja, ich warte mal, bis du wiederkommst. Weil dann kann ich vielleicht so kamikazemäßig die Wolke triggern. Die hält ja auch nicht ewig, ne? Aber dann kannst du drauf gehen. Sehr schön, sehr. Pass auf, ich mache jetzt. Achtung. Ja, ich habe mich sogar selbst gerettet. Sehr schön. Krass. Das ist so die Frage, wo man jetzt steht. Ich gehe mal hier drüben drauf. Ja, okay, es hat funktioniert. Hier kann ich stehen. Hier kann ich auf jeden Fall stehen. Ähm, das Problem ist, ich könnte jetzt in den Ketten und reingehen, aber dann sterbe ich halt auch sofort. Ähm, ja. To-D-Skip könnte ich versuchen, aber der ist halt schon hart, ne? Also, das ist nicht so einfach. Über die Rippen zu gehen, quasi. Alles gut, Meister. Ich kümmere mich drum. Ja! Oh, mein Gott, das geht! Ich wusste nicht, dass es geht! Was? Au. Ups. Ja, schwierig, ey. Schwierig. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals das Best of Zuwick geschnitten habe, als er das gespielt hat. Ich glaube, man kann nicht in die Röhre reingehen. Selbst wenn ich die Wand aufkriege, kommt man nicht in die Röhre rein, weil die halt auf Lava ist. Warte, vertrau. Okay, ich vertrau. Bro. Oh-oh. Ah, schade. Ich glaube, die müsste auch offen bleiben. Ja, ich glaube, die müsste offen bleiben, tatsächlich. Hä, dann geht das ja easy, hä? Ist Vic ein Anfänger? Wir reden doch nicht darüber, dass es 2018 war, ne? Ist Vic ein Anfänger? Ist Vic ein Anfänger? Nein! Die Kamaschelle lässt grüßen. Ja, ja, ja. Und ich grüße Vic, den Anfänger. Ich bin hier auf der Röhre drauf. Ja, aber du kommst, glaube ich, nicht rein. Oh, Mann! Ich bin in der Röhre drin, Bro! Du bist in der Röhre? Ich bin in der 2D-Area! Ey, no way. Wie hast du das denn gemacht? Ja, es geht anscheinend doch. Also, du kommst hier rein. Ja, wirklich ist ja auch der Anfänger. Ja, aber Bro, nach der 2D-Area bin ich sofort tot. Wie soll ich an den Save-Point rankommen? Ja, warte mal. Ich überlege mir eine Lösung. Ist hier nicht irgendwo ein Mond schon? Ja, doch, ist er. Das ist wichtig, weil... Dann sparen wir uns gleich einen weiteren Mond nach dem Kampf. Das Ding auch aufkommen und jetzt... Ja, okay. Alter, der Mond war so wichtig, weil ich hatte jetzt 3 Leben und konnte den nächsten Save-Point holen. Sehr schön, sehr schön. Junge, der Hase läuft. Okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ganz wichtig, sammle den Mond, weil dann hast du wieder 3 Herzen. So, gib mir meine 3 Leben wieder. Halleluja, okay. Reiner. Ich hab ihn geschafft. Königsherst, hast du geholt? Ja, klaro. Bist du auch der David? Natürlich denkst du daran. Na, klaro. Man verliert direkt 2 Leben, ist das so ärgerlich. Okay, komm, 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 komm. Okay, ich hab sie einmal. Hast du ein oder zwei Leben verloren? Äh, ich hab jetzt 3 Leben verloren gerade bisher. Scheiße, ehrlich, jetzt war ich dumm, jetzt war ich dumm. Okay, man wird zurückgebracht. Ich hab noch 2 Leben. Und sie hat nur noch 1 Leben, glaube ich. Komm, ich... Ich hab sie. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Ich hab nur noch 2 Leben. Was, du hast alle 3 Leben abgezogen? Wie hast du das denn gemacht, Diggi? Ich weiß es nicht. Aber warte. Okay, ich werd zurückgesetzt. Oh, mir wird gegönnt. Mir wird gegön... Bist du auch gestorben? Oh mein Gott, ist das unfair. Let's go. Ich hab hier 2 Leben abgezogen und hab nur 4 Leben. Okay, ich hab sie besiegt und noch 4 Leben. Das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr gut. Okay, let's go. Da ist der Mond. Oh nein, was ist das denn? Hä? Ich bin in der Endlosblase gefangen. Das geht nicht. Bro, was ist das? Ja, das ist genau das, was ich eben auch hatte. Ich glaub, du musst wirklich den letzten Treffer genau über der Plattform setzen. Dass die Blase dich genau dahin zurücksetzt. Boah, ist das unfair, Alter. Digga, du hast mich runtergepusht. Nein, sorry, das wollte ich dich. Nein, Digga. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Oh mein Gott, bitte. Bitte, ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß auch nicht genau, wann die Sequenz kommt. Warte. Ich hab's geschafft. Ja. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Mein Kampf hat sich beendet. Ja, Alter, GG, Broski. Was, ein Krampf, wirklich. Ich hab die ganze Zeit Y gespampt und konnte nochmal Käppi werfen und dann direkt reingedivt, Alter. Das hat funktioniert gerade so. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wüstenland wird lustig. Ja, ich seh dich direkt hier. Und erst mal zwei Leben verloren. Aber ich hab mein Königsherz noch. Ja, die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir müssen auf die Eisdinger gehen. Boah, ich seh da einen riesengroßen Eisberg. Okay, mach mal. Ich guck dir zu, wie du das machst. Strong. Hä? Was bist du für eine Maschine? Ich wollte erst mal Platz machen. Ah. Damit du hier schön auf den zweiten kannst. Okay, ich versuch erst mal hier. Oh, das wird nichts gehen. Das wird nichts. Das wird nichts. Ja, ich bin tot. Okay, ich glaube, das Smartste, was ich machen kann, ist, auf den Checkpoint zu gehen. Ich hab den Safepoint. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist auf dem Dächern auch Lava? Nein! Oh mein Gott, wie geil! Ja, dann können wir schon mal einen mitnehmen, ne? Ein Mond ist schon mal hier. Den holt er sich gerade. Ich seh schon, was die Ferne. Ja, klaro. Man muss ja das Game hier ein bisschen voranbringen, nicht wahr? Let's go! Wunderbar. Oh mein Gott, ich hab auch den Vogelmond hier oben getriggert. Okay, ich hab's jetzt auch inzwischen mal in die Stadt geschafft. Das ist doch schon mal schön. Das ist ein guter Progress, ne? Ich seh dich. Oh, Digga, wie lost. Bro, ich leb noch. Ich leb noch. Oh mein Gott. Oh, das ist stark. Das ist richtig gut. Wie machen wir jetzt weiter von hier aus? Ich glaub, wir müssen auf die Icebergs, ne? Aber ich glaube, hier muss man so rüber. Das funktioniert. Okay, ja, sieht gut aus. Ich wusste gar nicht, dass die so geil hier stehen. Yes, ich bin drin. Yes, so. Ich hab mal den Mond mal gesnackt. Sehr schnell, ey. Du kommst recht schnell voran hier gerade. Junge, ich snack schon mal den nächsten Mond. Ich probier's, ob's möglich ist. Oh mein Gott, Digga, ich bin der größte Skilllord 2000. Nein, doch nicht. Ja, nächster Mond. Pass auf, dann mach ich jetzt direkt mal hier. Ja, noch einen. Komm, let's go. So, wir können jetzt was anderes versuchen. Ich versuch jetzt nochmal hier abzukürzen, hier vorne. Scheiße. No! Ah, hier ist ja auch noch ein Jackpot. Digga, hier oben ist ja auch gar kein Lava. Das ist ja mega entspannt eigentlich. Ja, ich merk schon, Alter. Das ist ja mega. Das ist ja, was ist denn das für eine Mod, Alter? Wie lächerlich, ne? Wie lächerlich. Bro, Vic ist ein Anfänger. Let's go. Ich hab's geschafft. Meine Güte. Miauxi-Ruin. Sehr schön. Ich könnte mit Miauxi eigentlich auch reingehen, ne? Müsste eigentlich nichts passieren, ne? Ah, da, 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 da. Alter, der ist so schwer zu steuern, ne? Guck mal, wie viele Mone wir schon haben. Das ging ultra fast. Ich mach mal noch den Noten, Mond für Miauxi. Nehmen Sie alles mit. Let's go. Hier ist auch alles ganz normal in der Sub-Area. So, let's go. Noch ein Mond. Alter, sehr schön. Oh, scheiße. Okay, jetzt komm ich aus der Lava raus. Ja, das ist ehrgerlich, natürlich. So, the next moon. Alles klar. Sorry, Mond ist auch schon drin. Den mit dem Kugel-Rilly, der ganz weit weg ist, da hinten. Siehst du den? Äh, ja. Soll ich den machen? Ja, ja, mach den mal. Mit Freude, Meister. Gibt's hier Treib... Bro, ich wollte gerade wirklich fragen, ob es hier Treibsand gibt. Treiblava vielleicht. So, oh mein... Digga, warum rutsche ich denn hier runter? Bro, das ist so eine Abzocke wirklich gerade. Das kannst du keinem erzählen. Das sind bittere Momente. Digga, was ist das denn? Digga, heute... Die Kugel-Rilly wollen mich heute einfach triggern. Das ist einfach Absicht von denen. Übrigens, wegen dem Treibsand, ich glaube, man kann tatsächlich in das Loch rein, wenn man eben die Lava nicht richtig trifft. Weil da ist ein kleines Loch in der Mitte. Ich gehe schon ein bisschen weiter. Also, es fehlen nur noch drei Monate. Das ist so ein Witz, ne? Aber die werden jetzt ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, hab einen. Okay, ich versuch's mal im Treibsand, ja? Ja, ja. Das wird nie und niemals funktionieren, aber man kann's immer versuchen. Es hat sofort funktioniert. Es hat sofort funktioniert, Digga. Alter, sehr, sehr stark. Guck mal, ich bin jetzt hier in dieser Area, wo dieser... Wie heißen die Steine nochmal? Moistatuen? Ja, ja, genau. Mit den Sonnenbrillen, die verrecken sofort in der Lava. Ja, ja, okay, scheiße. Das heißt, du musst blind navigieren, ja? Ja, man kommt hier aber gar nicht rüber. Es gibt hier keine Möglichkeit. Bro, ich hab gleich zwei Monate, alles gut. Was wir noch machen könnten, wäre vielleicht sehr lebensmüde. Pass auf, ich versuch was. Okay, Miauxi kann anscheinend auch über Lava laufen, das ist ja entspannt. Hä? Ja, dann geh doch zur Oase. Nee, ich mach den Kaktus, Bro. Ich mach den Kaktus. Ja, aber wie willst du eine Stampfattacke da machen? Ich hab's geschafft. Was? Let's go, Junge. Ich hab doch eine Stampfattacke auf Lava machen können. Junge. Digga, ich konnte mich retten, hab volle Leben, alles... Leben ist toll, okay? Ja, dann hast du die Ehre, Cappy hier gegenzuwerfen. So, rein da. Ja, 16 Monate. Das haben wir gut ausgeglichen gelöst, würde ich sagen. So, und nicht anders. Nein, das Wasser ist Lava? Das Wasser ist Lava. Ja, aber Diggi, wie soll man denn nach unten kommen? Ich hab keine Ahnung. Geil, los geht's. Guck dir mal diesen wunderbaren Boden hier an. Nee, komm, wir springen einfach mal drüber, ja? Alter, wie hardcore das aussieht mit der Treppe da unten. Digga, bei mir steht schwimmen einfach. Ich kann mit B schwimmen angeblich. Die Frage ist, wo gehen wir als erstes lang? Also, ich bin auch erstmal hier hochgegangen. Das ist halt schon safe, so. Man kann auch hier vorne bei dem Zwischending stehen. Ich versuch mal hier oben drauf zu gehen, auf die Säule. Hier unten ist es doch sogar Mond, ne? Ist nicht sogar... Ach, hier kommt später, glaube ich, Mond hin. Schade. Warte, er da oben springen. Das ist so geil, das zu sehen, ne? Ja, ja. Ich guck mal, was unter dem Reißverschluss ist, ne? Es könnte ja auch sein, dass es hier gar nicht weitergeht. Hier geht es weiter tatsächlich, wow. Das ist keine Lava auf dem Boden. Nein, die haben das ganze Wasser entfernt. Wow, ist das voll interessant. Oh mein Gott, das ist voll nice. Komm rein hier, guck mal, wie geil das aussieht. Hä, what the fuck? Das sieht so nackt aus. Ja, ja, irgendwie voll komisch. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig cool irgendwie. Seeland, aber das Wasser ist verschwunden. Holst du den schon mal den Mond da hinten? Ich, ich hol den schon mal, ja. Ich hol schon mal den Mond. Ich hab schlechte Nachrichten, Alter. Gehst du nicht weiter? Doch, aber überall ist Lava. Oh, scheiße, Digga. Aber das sieht voll strange aus einfach, dass hier so ein Tunnel ist irgendwie, ne? Heftig, ne? Ich mag halt auch die dunkle Atmosphäre, Digga. Das sieht so cool aus irgendwie, WTF. So, bam. Ich hab den zweiten Mond gesnackt. Sehr schön. Ich kann mir vielleicht mal die Mondsplitter einsammeln. Weil beim Brutal Fight bekommen wir drei. Das bedeutet, wir brauchen noch eins, zwei, drei, drei Monde. Entspannt, ja. So, ich spring mal rüber. Ich snack mir noch einen Mond. Let's go. Hä, wie sieht denn das wohl unten bei Captain Toad aus? Ja, muss mal rein. Warte. Wir springen da gleichzeitig rein. So, ich kann mir auch rüber gesprungen. Let's go. Digga, bevor du reinspringst, ne? Guck da mal runter. Das ist ein riesiges, schwarzes Loch. So. Boah, ist das gruselig. WTF, ey? Der Abgrund aus Theotica. Drei, zwei, eins. Go. Du hast eine Schnappartshacke gemacht. Ja. Oh nein, das ist Lava. Na, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wir können uns retten, wir können uns retten. Alles gut, man kann sich retten. Boah, ich kann mich retten, ich kann mich retten. Warte mal, ist hier nicht ein Mond? Doch, du musst mit Captain Toad reden. Captain Mode, äh, Mode. Captain Mode, du Ehrenmann, danke. Alles war gruselig hier unten irgendwie. Aber eine ganz neue Erfahrung. Bleibst du hier oder ich geh... Okay, pass auf, dann gehe ich hier hoch. Dann glätte ich hier drinnen hoch, ja? Okay, wir brauchen eh nur noch einen Mond. Hier unten ist ja noch die andere nächste. In diesem, in dem Geheimversteck. Aber wir haben schon alle Monde, ne? Wir müssen jetzt nur noch zum Brutified gehen. Ja, ja, die Frage ist, wie kommen wir da hin? Gibt es hier nicht irgendwo einen Fahrstuhl oder sowas? Ja, gute Frage, ne? Let's go, let's go, let's go. Aber, was jetzt? Was jetzt ist die Frage, ja? Wir könnten versuchen, die Mondsplitter doch noch zu machen. Aber das wird halt schon heavy, ne? Ja, aber wo holen wir dann die anderen Monde her, ne? Ah, wobei, unten auf der Säule ist noch einer. Wait, da vorne, das ist da vorne machbar, glaube ich. Pass auf. Oh, nicht ganz, nicht ganz. Denk immer dran, Vic ist ein Anfänger. Oh, oh mein Gott, einfach dieser Safe gerade. Guck mal, wo ich drauf bin. So, und jetzt muss ich noch in die 2D-Area, in diese Röhre hier reinkommen. Yes, geil! Ich bin auf der 2D-Area, aber ich glaube, ich könnte es trotzdem hier rüber schaffen. Pass mal auf. Let's go. Oh, wir haben noch einen Mond. Das heißt, du kannst in der 2D-Area sogar einen Mond besorgen. Bro, wir schaffen es auch ohne den Bossfight. Geil. Das ist mir, glaube ich, ganz lieb. Ja, ja, den Bossfight lassen wir mal weg, ne? Ich habe den Mond in der 2D-Area nicht hinbekommen. Oh, okay. Aber der ist auch nicht so einfach, glaube ich. Ja, doch. Man muss doch die Musik nur einsammeln. Okay, nächster Mond. Let's go. Warte, ich kann... Oh, oh. Bro, was ist das für eine asoziale Stelle, Digga? Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das blöd von mir. Komm, 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 komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich komme in eine Sub-Area rein. Nein, das ist eine ganz normale Jump'n'Run, so eine Kletterseite irgendwie. Ja, okay, dann hole ich einfach hier die zwei Monde. Let's go. Guck mal echt, wo es hier noch lang geht. Also, wo hier der zweite Mond sein wird. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Warte, 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 warte. Und trotzdem. Bäm, wir haben es geschafft. Sehr nice. Lake Klinge war sehr einfach, finde ich. Ja, das war richtig easy. Oh, Digga, ja, hab ich ja verschissen. Okay, alles klar. Die Sub-Area nervt einfach. Alter, freust du dich schon noch aufs Forstland? So wie ich mich drauf? Das Forstland wird, glaube ich, richtig eklig. Boah, das... Okay, bin da. Das ist auf keinen Fall, dass ich mein Digga wie zur Hölle. Ja, gut. Ah, Chipen, ja. Da, da, da. Ah, Mist. Weil ich kann den Hasen fangen vielleicht. Oh, das wäre stark. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nein, 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 nein. Nein, verdammt, 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 verdammt. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, weil der Hase ist bei mir... Der steht immer noch da, wo er normalerweise steht. Boah, das ist schwer. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hasi, Hasi, Hasi! Ich hab ihn, warte. Jetzt muss ich nur noch den Mond einsammeln. Das schaffst du, das schaffst du. Ja, ich hab den Mond. Geil. Den Mondstein können wir, glaube ich, vergessen, ne? Ja, keine Chance wahrscheinlich. Wait, ich hab... Wait, was, der ist hier gewesen? Nevermind. Ich hab ihn. Geil. Geil, das ging schneller als gedacht. Ich wusste, dass der das ist. Ich dachte, der ist ganz woanders, ehrlich gesagt. Boah, ich glaub, den Mond aus dem Shop, den bekommen wir, glaube ich, nicht. Ja, wird schwierig. Pass auf, ich mach die, ich mach die Sphinx. Und ich versuch die Sphinx. Das kann ich vergessen, das geht nicht. Boah, schwierig, Alter. Ich geh mal einen anderen Weg. Oh mein Gott, ich bin auf die Kartons gelandet. Geil. Oh oh, das war nicht mein smartester... Oh mein Gott, move, let's go! Oh, ich hab's geschafft. So, mein Ziel ist, über den Wasserfall nach oben zu kommen. Was ist das, was es ungeheuer in diesem Land begehrt? Blumen, das weiß ich. Was? Oh oh, Hilfe. Okay, aber ich komm nicht durch, ne? Ja, ich komm da niemals durch. Aber die Sphinx ist offen. Das ist doch schon mal irgendwie schön. Auf jeden Fall ist da Lava, also... Nein, was? Bro, was ist das für eine Lava-Hitbox? Das ist so weird, irgendwie, ne? Also zumindest, okay. Oh, okay, zwei Leben hab ich. Das ist schon mal was. Das schaff ich nicht. Ich schaff das niemals hier durch. Digga, das geht nicht. Sag niemals nie, das ist nicht Alpha. Das ist wirklich nicht möglich von der Stelle aus hier. Ich hatte eine Idee. Ich könnte es ins Wasser schaffen hier vorne. Pass auf. Wir machen so zack, zack. Meinst du hier? Ja, ich grüße dich. Wie wir genau gleichzeitig angekommen sind. Bist du oben? Yes. Geil. Okay, aber hier ist ja alles Wasser. Das ist sehr entspannt. Ich denke mal, das Wasser ist aber relativ warm, wenn überall um uns rum Lava ist, ne? Ja, voll geil. Wie die so eine heiße Quelle. Vielleicht auch das, ja. Okay, aber hier oben ist es entspannt. Also wir kommen tatsächlich durch. Ja, aber ich komm nicht. Ja, ich bin oben. Geil. Let's go. Dann schaffen wir es hier durch und können wahrscheinlich auch den Checkpoint hier vorne aktivieren, wenn ich nur wüsste, wo der Checkpoint ist, ne? Weil da oben ist noch ein Mond in der Natt. Ja, stimmt, den kannst du holen. Den kannst du auf jeden Fall holen. Den habe ich voll vergessen irgendwie. So, okay. Aber jetzt wird es interessant. Ich könnte den Checkpoint hier vorne aktivieren. Ich bin auf jeden Fall da, wo die Musik schon spielt. Nein! Oh, ist das bitter. Ja, ich habe den Checkpoint. Let's go. Geil. Scheiße. Okay. Oh nein, nein. Ich bin in den Wald runtergefallen. Und hier ist auch überall Lava. Oh, Bro. Ich könnte hier, ich könnte den Baum da vorne machen. Das könnte was werden. Das könnte actually was werden. Scheiße. Oh nein, verdammt, das war so knapp. Was warst du gerade? Den Wasserfall hochzukommen. Nein, das ist so knapp jedes Mal. Boah, das ist voll schwer. So, zack. Und machen so. Oh nein, 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 nein. Ich habe es geschafft. Das ist so lächerlich, dass da Lava war. Das ist so, so lächerlich gerade. So, geil. Ich hole jetzt den nächsten Mond. Let's go. So, dritter Mond. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Sehr schön. Okay, den Savepoint kann ich mir schon mal snacken. Das ist viel wert. Wie Gold. Auf jeden Fall. Und zack, Aredo, da ist das Ding. Let's go. Aber warte, ich habe eine Idee. Warst du noch gar nicht in der Sub-Area mit den Fuzzis? Nee, Bro, ich bin direkt in den Herzen des Waldes gefallen. Ah, ich hole mal die Fuzzy-Monde. Da vorne ist der T-Rex, Alter. Ist auch sehr beunruhigend irgendwie. Geil. Die Fuzzy-2D-Area ist in Ordnung. Normal, wie immer. Oh, D-Geil. Es ist so nervig hier unten. Die Kamera ist auch richtig scheiße hier. So, zwei Monde gesnackt. Let's go, Alter. Wait, kann ich nicht in die Röhre rein hier? Oh, ich habe es geschafft. Wow. So, zack, zack. Zack. Alter, ich habe endlich einen Mond. Meine Güte. Falle im Herzen des Waldes. Ja, sehr schön. Nein! Oh mein Gott, ich bin so kurz vor dem Checkpoint gestorben. Ist doch einfach dreckig, dieser Modus. Warum spielen wir das eigentlich? Warum machen wir das? Ich weiß es nicht. Für die Klicks. Johoho. Johohoi. Okay, Savepoint holen. Yes, geil. Boah, das wird jetzt super ekelhaft mit der Piranha-Pflanze werden. Heilige Makrele. Das ist echt nicht so cool. Ah. Oh mein Gott. Ich habe gerade so heftig den ersten Story-Mode geholt. Soll ich den da vorne holen irgendwie? Boah, keine Ahnung. Der ist ja gar kein Weg. Ich glaube, das funktioniert. Never. Ich gucke dir gerne zu. Ja, ich würde mir auch gerne dabei zugucken, ehrlich gesagt. Wird schwierig, glaube ich. Ne, ich glaube, das funktioniert nicht. Ne, ne, never. Scheiße, zu hoch. Ne, wobei? Ja, okay, geht nicht. Schade. Dann machen wir mal auf süß weiter, ne? Mach du den da vorne, genau. Dann aktiviere ich schon mal den Grasweg hier vorne. Ja. Ich kümmere mich immer sehr, sehr gerne um Nüsse. Musst du verstehen. Sehr gut. Oh mein Gott, schaffe ich das? Ich könnte es schaffen. Ich schaffe es wirklich. Wow. Nein, nein, nein. Okay. Boah. Oh, ich habe im letzten Moment den Mond geholt mit der Schnappfertacke. Ich habe es reingeschafft ins Innere des Himmelgartenturms. Wuhu. Hä, aber wie soll man da bitte vorankommen? Da ist ja auch nur Lava. Ne, ne, hier ist alles normal, tatsächlich. Das ist alles normal? Oh mein Gott, das ist ja so geil. Der Turm wird gegönnt, ausnahmsweise mal. Wir haben ja einen neuen Mond. Let's go. Ja, man kann zwei Monde da drin holen. Nein. So, let's go. Junge, freust du dich schon auf den Brutal-Fight-Meister? Übel, Alter. Der kann was werden. Digga, was ist das schon wieder? Savepoint mitnehmen? Hab ihn auch gekriegt. Boah, war das knapp, Alter, ne? Wollt ihr beide draufstehen? Bro, wir haben das gemacht, bitte. Wie soll man diesen Fight anstellen? Guck mal nach oben. Das ist eine gute Frage. Er wird irgendwie möglich sein. Komm, wir gucken erst mal, ja? Erst mal nach oben kommen, nicht wahr? Ja, ich hab gerade auch einen Damage bekommen. Ja, ich auch? Okay. Wow. Du hast mich gerade einfach weggebounced. Ja, okay, wow. Das ist schwierig. Warte, ich hab ne Idee. Ich bin tot. Ja, das ist abartig. Aber ey, nur einer von uns beiden muss es schaffen. Ich werd dieserjenige nicht sein. Alter. Wait. Ah, nee, okay. Ja, Digga, das ist Feierabend. Nee, nee, nee. Ja, Digga, ja, bitte. Hey, Bro. David ist tot gegangen worden sein. Okay, ich hab keinen Schaden genommen. Sehr, sehr nice. Das ist machbar. Das ist tatsächlich, das ist actually machbar, auch wenn es erstmal absurd wirkt. Aber das ist machbar. Ja, okay. Ich kann das hinkriegen. Ich kann das tatsächlich hinkriegen. Ich hab ein bisschen Vertrauen. Los, let's go. Ich feier dich an. Ich bin sowas wie dein Skileader. Bist du auch halbnackt dabei? Wenn du das möchtest, gerne. Definitiv möchte ich das. Scheiße. Ja, okay. Ich hab mir noch so zwei, drei Versuche und dann krieg ich das hin. Wah, wah, wah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 scheiße. Oh, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Bin ich in den Weg, bin ich in den Weg, ich bin jetzt. Oh nein, nein. Ich muss, glaub ich, das gleiche immer machen wie bei meinem Brut vorhin. Dass ich jetzt direkt auf die Dings zu-dive. Achtung. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Nein. Scheiße, ich hatte es eigentlich. Oh, aber ich glaub, ich muss das alleine machen. Kannst du was anderes machen? Weil ich glaub, du stehst mir eher im Weg tatsächlich. Ach so. Aha. So ein Ding ist das also. Oder du schaust weiter zu. Ach, kacke, Digga. Weißt du was? Ich spring jetzt einfach runter in den Tod und weißt du, wer dir dran schuld ist? Du. Du kannst zugucken. Kannst vom Zaun aus zugucken. Kannst du auf dem Zaun stehen? Stimmt, nein, stimmt. Ich porte mich dann auch mal hin. Das ist ja voll funny dann. Digga, das ist so lächerlich. Ich kann doch nichts dafür. Zweiter Treffer. Komm, bitte. Jetzt ohne, ohne Damage, ohne Damage, ohne Damage. Wichtig, wichtig, wichtig. Festhalten. Dritter Treffer. Sehr gut. Ich hab ihn besiegt auf jeden Fall. Das wird super schwer jetzt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber der Mond spawnt. Ja, okay. Okay, alles gut. Ich bin zurückgesetzt. Okay, hast du es geschafft? Yes. Ja. Let's go, Alter. Let's go, der Hose. Das ist tatsächlich Gun. Du stehst bei mir so im Hintergrund. Immer noch, wie es ausschaut. So, aber wir brauchen noch drei Monde. Boah, das wird ja schon schwierig auf jeden Fall. Geil, ich bin... Was? Ach, der Panzer stirbt sofort, wenn du den Karp hast. Okay, wow. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten irgendwie, ne? Ich würde ja gerne das mit dem Dings machen, mit dem Fire Bro, aber das geht nicht. Ja, die letzten drei Monde können sich echt hardcore ziehen. Oh, ich hab keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen irgendwie. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Das ist unmenschlich. Wie soll ich hier weiterkommen? Also wirklich jetzt mal. Unmenschlich wie Roboter. Oh, es war so dumm von mir. Es war so dämlich. Wow. Ey, es ist echt sehr bescheiden hier, die Auswahl, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ey, Mann, ich... Wait, ich könnte es schaffen hier. Oh, mein Gott, das ist huge. Actually huge. That's what she said. Nein, das ist nicht wahr. Ich muss jetzt alles von vorne machen. Oh, mein Gott, Alter. Ich hab gerade so was Gutes geschafft, dann falle ich einfach wieder letzte Leleck richtig weit runter. So. Oh, mein Gott. 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 Bro. Hast du einen Mond? Oh, mein Gott. Welchen Mond hast du gesnackt? Siehst du mich? Ich bin hier oben. Guck mal nach oben. Digga, wie hast du das denn geschafft? Ja, ja, ja. Über den Wasserfall. Über den Wasserfall kommt man hier hoch. Ah. Oh, mein Gott, Alter. Ja, okay, das ist gut. Wir haben tatsächlich mal Fortschritt gemacht. Also, Bro, ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll, weil diese eigentliche Abteil... Ja, ja, da kommst du nur mit den Panzern hin, ne? Da kommst du nur mit den Panzern hin oder halt... Nee, auch von der anderen Seite theoretisch. Aber dafür haben wir nicht die Mittel. Wir müssten halt da hochkommen, aber das ist halt nicht möglich irgendwie. Das geht nur mit dem Panzer. Den Panzer können wir gar nicht nehmen, richtig? Wenn ich auf der NAB drauf bin und eine Stampfattacke mache, ne? Wait. Oh, mein Gott. Ich weiß, wie wir es machen müssen, Bro. Wir brauchen die Panzer gar nicht. Okay, erzählen Sie mir mehr. Wir müssen die Panzer dozieren lassen. Stimmt, du hast recht. Ich erinnere mich dran, als Vic das gespielt hat. Vic die Flachzange. Spaß. Junge, Vic ist ein Odyssey-Anfänger. Achtung. No. Bro, ich hab einen offen. Ich hab einen offen. Ich hab einen offen. Oh, mein Gott. Bro, ich bin hier gerade so am strugglen, ne? Ich bin richtig am schwitzen, gerade wirklich. Mach weiter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Eins kann ich ihr versprechen. Ich werde diesen natten Mond holen. Oh, mein Gott. Bro, ich hab's geschafft. Let's go. Oh, mein Gott. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Alter. Ha, ha. Scheiße. Scheiße. Ich glaub, jetzt ist wieder alles da, oder? Sind die Löcke jetzt wieder da? Oh, nein, Alter. Boah, ich... Es kann sein, dass ich es in einem Run schaffen muss. Und das wird ziemlich dauern. Ey, Mann, oh! Diese dreckigen Zwiebeln! Mein Gott! Oh, nee, die Löcher bleiben da. Okay, alles gut. Die Löcher bleiben da. Oh, mein Gott. Diese gottverdammte Mod. Das ist echt so ein interessanter Aspekt in Videospielen immer, ne? Aber die Frage, respawnt es oder bleibt es weg? Ja, 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 ja. Achtung. Nein, das ist doch nicht dein Ernst, Digga. Was machst du denn? Oh, ist das ätzend. Ich schmeiß drüber und ich lande zu kurz. Ich könnte so kotzen. Alter, wieso treffe ich diesen Pfeff? Nee, warum treffe ich das nicht? Was? Hier hat doch ein Leben! Oh, Mann! Digga, das ist fast Hutland-Niveau. Jetzt, ich hab getroffen, okay. Ich hab wenigstens endlich mal getroffen. Ich fürchte fast, die Ranke bleibt weg. Oh, du hast dich da! Oh, mein Gott, die Ranke ist da. Die Ranke ist da. Alter, very nice. Let's go. Okay, ich komm in den oberen Bereich, Bro. Ich hab gleich einen neuen Checkpoint. Ich glaub, wir haben's gleich geschafft. Oh, bitte. Ja, ist neuer Checkpoint, ja! Wir haben einen neuen Checkpoint, Bro. Wir haben einen neuen Checkpoint. Man glaubt es kaum. Oh, Mann! Scheiß drauf, ich nehm die Rakete. Ich betrete eine neue Sub-Area. So, einfach schnell den Paragoomba nehmen, komm. Oh, der war hier unten versteckt irgendwo, ne? Ich meinte, der war hier unten versteckt. Ja, komm. Sehr gut. Ey, mein Gott, ich hab endlich den Mond. Halleluja. Alter, Vater, let's go. Willst du weiterhin bei deiner Nuss bleiben? Ja, sammle einfach irgendeinen Mond ein. Komm, mach das noch. Das musst du schaffen, Bro. Ah, mit dieser Leckscheiße ist es nicht möglich! Boah! Pass auf, Bro. Ich mach was richtig Ekliges jetzt, okay? Nee, Digga. Oh, Mann! Ich komm da ja nicht mal hin! Ja, mach's einfach, Digga. So eine Scheiße, Digga. Ähm, gut. Okay, ich erlöse dich, ja? Mach's einfach. Danke. Weiter geht's, Seese Kingdom! Ja, aber, Bro, ich hab gerade deine Nuss eingesammelt, die du die ganze Zeit harmfolltest. Nein, kamst du von oben? Ja. Nein, halt der Maul. Bin einfach von oben runtergesprungen, auf die Nuss drauf. Es war so geschenkt. Das ist unfair. Jetzt kommt erst mal der Bowser-Fight, oder? Erst Bowser-Fight und dann Lost Kingdom. Ja, tot. Ich glaub tatsächlich, das ist machbar. Oh. Oh. Ach, lol. Man hat ja voll viel Fläche da vorne. Ja, man hat ja die Kreise im Prinzip, ne? Gar kein Problem, Junge. Ich denk auch, ne? Ich denk auch, das wird machbar sein. Na dann, easy. Bowser, komm, Sitz. Hallo. Wann trigg... Wann wird der Fight getriggert? Okay, geil. Okay, soll ich jetzt erst mal den Hut abholen? Ich würd schon mal hier rüber abkürzen. Ich würd schon mal ein bisschen auf ihn zukommen, glaub ich. Oh, Digga, wow. Die Frage ist, ob man irgendwie überhaupt zu denen hinkommt. Echt? Es muss doch schon funktionieren. Aber ich weiß schon, das soll eklig sein. Er springt halt immer weiter weg. Ja, ja. Ja, ich hab's zu ihm rüber geschafft. Let's go. Let's go, der Hase. Apo, ja, die der Allerechte. Aber er kann seinen Hut nicht zurückholen. Das ist das Angenehme. Ja, okay, scheiße, ich bin tot. Vielleicht auch nicht so einfach, ne? Okay, ich hab mir grad ein Leben gesnackt. Putz! Zweimal. Sehr gut, als ob du's echt schaffst. Das wär halt sehr sauber, ne? First try, baby! Ja, aber, ne? Man soll ja den Abend nicht von dem Tag loben, oder wie heißt es so schön? Andersrum, glaub ich. Aber ja. Ne, man soll ja den Abend nicht von dem Tag loben, genau so. Man soll ja euch die Weisheit mit Löffeln fressen, oder so, ne? Ich bin gerade, ich bin gerade, er hat mir einfach meinen Sprung nicht erkannt. Er hat einfach meinen Controller gerade nicht reagiert. Und wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es in der Badehose, ne? Das ist halt der Maul, Digga. So, let's go. Dritter Schlag, Bowser. Was willst du machen? Hast du ihn echt besiegt? So, warte. Jetzt, ja. Bam, ich hab's. Weißt du nicht, dass du ein Top-G bist? Dankeschön. Meine Mama hat immer gesagt, ich bin was ganz Besonderes. Alright, so. Meister, wie machen wir das? Ich find, aber erstmal vor und weg, ich find irgendwie, die Lava sieht hier sehr schön aus. Die ist sehr ästhetisch, muss man sagen. Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ist ausgesprochen schön, wirklich, ja. Also, ich glaube, wir können mit einem Three-Jump... Okay, ne, es wird doch schwierig. Ja, vor allem, Cappy wird ja gleich abgezogen. Wow. Tot. Ah, geklappt, cool. Was ich gesalved, ist die Frage, ob wir Cappy retten können. Ja, kennst du den Speedrun-Jump hier? Ja, natürlich. Das können wir durchaus versuchen. Oh, Digga. Das ist ein richtiger Digga mit ER-Moment. Ich sag's dir, Mann. Bro, das ist jetzt echt Krise. Wie macht man das? Ich meine, auf die letzte Palme hier... Ja, ja, da war ich schon drauf. Das Game bringt mich ziemlich auf die Palme. Johohoho. Okay. Ja, es geht nicht. Also, boah, es könnte maybe funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie ich von da aus weitermachen würde überhaupt. Ich geh vielleicht doch hier rüber. Und lass mich einfach Cappy abziehen. Aber das ist halt der Tod, ne? Also... Ja, vor allem, man startet ja direkt da unten dann. Du bist ja instant tot danach. Ja, scheiße. Ja, ich seh's gerade schon. Ähm, aber jetzt bin ich tot, ne? Ey, guck mal, man kann hier oben entlang. Naja, du kannst gerade nicht gucken. Oh nein, Cappy ist weg. Oh nein, mein Arsch brennt. Ja, Cappy ist jetzt weg, Digga. Oh mein Gott, es funktioniert, Bro. Du musst mal gucken, wo ich bin. Okay, ich hol den ersten Mond, Bro. Yes, sir! Der first Mond ist da. Und jetzt werde ich sterben. Ja! Ja, tatsächlich, über den Mondkäfig geht's wirklich. Das ist irgendwie verrückt. Warum hast du den nicht eingesammelt? Der war voll auf dem Weg, der Mond. Hä? Wie, wie meinst du? Das Geheimnis der Propellersäule, dass du da drauf stampfen musst. Ja, doch, aber ich dachte, da wird man von Klepto hops genommen. Nö, ich hab Klepto jetzt verjagt. Ach, die kann man so verjagen? Ja, ich hab Klepto verjagt. Jetzt kann ich da hinlaufen, weißt du das nicht? Ohne, dass der Cappy irgendwie holt. Ja, ja. Jetzt Klepto weg. What the fuck, das wusste ich nicht. So, ich hab den dritten Mond geholt. Ups, das war dumm. Ich hole gleich noch einen vierten und fünften. Pass mal auf hier. Zack, hier. Junge. Ja, jetzt wird richtig, jetzt wird richtig zappt's abgemacht hier. Jetzt wird gegrindet. Achtung, und direkt nochmal fünf hinterher. Wunderbar. Junge, let's go. Ja, Kinderspiel, Alter. Junge, und Klepto hat gerade meinen Hut geklaut. Nein, scheiße, Bro, das hast du ein Problem. Das ist richtig schwierig jetzt. Ja, Digga, was soll ich machen? Kannst du das Land ohne mich schaffen? Digga, ich stehe gerade auf Lava. Wait, wieso kann ich hier auf Lava stehen? Hä? Hier ist zwar Lavatextur, aber hier ist keine Lava. Also, ich nehm keinen Schaden. Also, es fehlen noch fünf Monde, ja? Ja, wobei, ja, ich hab doch ein Problem. Äh, ich kann nicht in die Audis, die bei mir ja Käppi fehlt. Hä? Was? Es hat mir Käppi doch nochmal weggenommen. Was? Ich versteh dieses Land nicht. Ja, ich bin am Arsch. Oh, scheiße, Digga. Ja, okay, das könnte schwierig werden. Was machen wir jetzt? Ja, Digga, ich hab keine Ahnung, wie wir das machen sollen, ehrlich gesagt. Ja, Bro, wir müssen das resetten. Keine Chance. Wir müssen das verlorene Land nochmal spielen. Eine Ewigkeit später. Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir haben alle zehn, ja. Oh mein Gott, Digga. Was ein Krampf das war. Wir sind vielleicht seit gestorben. Wir haben die Hälfte des Spiels geschafft. Oh mein Gott, ey. Yay. Yay. Die erste Frage, wo geht es lang? Ähm, ja. Einfach nur ja. Ich denke mal, das hier sollte in Ordnung sein sogar. Ich glaube, wir können hier rüber gehen. Ich hoffe, man kann hier rauf stehen. Das wäre irgendwie unfair, wenn nicht. Alter, das ruckelt wie scheiße. Ja, man kann hier stehen. Okay, das geht schon mal fit. Das ist ja gar kein Problem. Guck dir mal an, wie ich das mache. Verdammt, wie soll das hier funktionieren? Warte, ich zeig dir, okay? Okay, das war doch kein... Ansonsten boosten wir uns gegenseitig irgendwie voran. Soll ich auf dich springen? Mach mal. Oh, was war das? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich habe es geschafft. Let's go, sage ich doch. Ich hätte nicht gedacht, dass es was wird, aber es hat echt funktioniert. Ja, ja, maybe auch das. Komm, 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 komm. Ah, verdammt. Boah, ich bin gerade richtig am strugglen, ob das überhaupt was wird. Weil ich glaube, wenn man vom Savepoint rauskommt, landet man direkt in der Lava. Wie soll das denn was werden? Okay, es funktioniert. Alles gut. Ja, okay, easy. Pass auf, wir können so machen. Wir können so machen. Spring jetzt auf mich drauf. Oh, geil. Nutzt du gerade den Screenshot-Modus? Für den Foto-Modus, ja, Mann. Junge, der sneaky geboren. Ja, wuhu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah. Yes, ich habe es geschafft. Wunderbar. Okay, geil. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir von da aus weiterkommen. Oh mein Gott. Da hinten, der sieht voll cursed aus. Okay, pass auf, wir versuchen da drüben von Block zu Block zu gehen. Ja. Digga, wir werden sogar noch attackiert währenddessen. Das ist so ehrenlos. Aber ich glaube, die können uns gar nicht treffen, oder? Doch, die können uns treffen. Oh mein Gott. Oh, und ich wurde auch getroffen. Cool. Ich glaube nicht, dass man da drüben abkürzen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mal versuchen. Weißt du, was man in Fachkreisen sagt? Nee. Probieren geht über Studieren. Okay, machen wir mal. Oh mein Gott. Oh, fuck, Alter. Okay, ich habe es mal wenigstens zum Taxi geschafft und hoffe, dass ich jetzt nicht durch so scheiß Mücken getötet werde. Oh, Mann, oh. Candys Café. Soll ich da oben auf dem Schild landen? Wahrscheinlich schon. Oh mein Gott, Alter. Das hat ja toll funktioniert. Ach, du Scheiße, ey. Also, ich habe echt einen Krampf, dass das Ganze mit einem Leben anfängt, ne? Also, man kann es schaffen mit zwei Leben. Das habe ich schon geschafft. Ich habe es auch schon geschafft, aber es ist super schwierig. Ach, Digga. Mann, das gibt es doch nicht. Komm mal los. Naja, aller Anfang ist schwer, ne? Danach wird es auf jeden Fall leichter. Ach, auf diesem Kackschild musst du landen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ist denn deine Idee? Ich habe keine. Warte, ich habe doch eine. Alter. Junge, ich bin auf dieser Eisenstange hier. Yes. Wow. Also, wenn du zwei Leben hast, kommst du zum nächsten Checkpoint. Stabil. Let's go, let's go. Das ist es. Nein! So unnüffig. Aua, hat das weh getan. Egal, Dinge passieren. Bro, mein Controller macht gerade so fette Faxen gemacht, alte heilige Makrele. Nein! Oh mein Gott, was für ein Bake. Das musst du reinschneiden. Digga, die Taxis sind einfach explodiert, wo ich drauf landen wollte. Ich hab explodiert, Digga. Bro, die sind explodiert. Alarm für Cobra 11 einfach. Jetzt wird es Zeit. Komm, ich habe keinen Bock, noch mal zu verkacken. Ich hab's schon wieder verkackt. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, Mann. Direkt an der gleichen Stelle nochmal. Ich hab's geschafft. Meine Güte. Ich hab's endlich zur Baustelle geschafft. Ich komm zu dir. Du bist doch schon drei Kilometer weiter. Ah, egal. Ich hab's geschafft. Let's go. Woo. Ordentlich, ordentlich. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist und wie du das gemacht hast. Aber Respekt, sag ich da. Respekt. Oh mein Gott. Die Taxis ist bei mir auch explodiert. Ach du Scheiße. Okay, da ist der nächste Savepoint. Wünsch mir Glück. Yes, let's go. Hey. Ich hab den ersten Mod eingesammelt. Let's go. Ernsthaft? Respekt. Man muss das Game ja voranbringen hier. Respekt. Dankeschön. Digga. Wuhu. Okay. Mal gucken, ob mir Lava drin ist. Wait. Ich hab's auf den Globus geschafft. Ich hab's auf den Globus geschafft. Oh mein Gott. Ich hab eine große Herausforderung. Ich hab eine große Herausforderung. Das könnte funktionieren. Ey, Bro. Ich hab richtig schlechte Nachrichten, leider. Ha, 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 ha. Ich hab's auf die Treppe geschafft. Direkt im First Strike. Ja, was ist deine schlechte Nachricht? In diesem Turm, ne? Alles Lava. Training. Training. Alles ist Training. Oh mein Gott. Okay. Aber ich hab's, Digga. Ich hab's dann, glaub ich, im First Strike zum nächsten Checkpoint geschafft. Das ist ja mal absolut insane, Bruder. Okay, wir können den Turm auf gar keinen Fall skippen. Nein, 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 nein. Ich bin im Turm. Digga, ich bin sofort im Turm gelandet. WTF? Geil. Junge, es läuft gerade. Oh nein, es war so dumm von mir. Warum bin ich nicht nach links gegangen? Ich mag den Turm an sich schon nicht, ne? Ich glaub, niemand mag den Turm wirklich. Hallo, Meister. Hallo. Ah, Bro. Man kann... Ab malo. Man kann auch einen anderen Weg nutzen. Nein! Oh Mann, ich war hier oben auf der Truhe. Das sind wahrlich bittere Momente, Bruder. Okay, wir können hoch auf die Truhe. In der Truhe ist ja ein Mond drin, richtig? Yep. Oh oh. Oh mein Gott. Oh, das war doch gut. Ich hab ihn. Ich hab den Mond. Alter, let's go, Junge. Scheiße. Okay. Ja, ich bin gestorben. Aber ab was machen wir jetzt? Auf den Pfosten hier drauf. Dann wahrscheinlich auf die Fragezeichenblöcke, ne? Yes. Klappt das? Geil. Erstaunlicherweise. Achtung. Oh Gott. Okay, wir machen einen Long Jump und noch einen... Digga, was? Wow. Wow, wow. What? Digga, ich weiß nicht, wie es da weitergehen soll. Ich sag dir ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie es gehen soll. Ja, es wird geil, Digga. Das ist echt das Nervigste im ganzen Rathaus, was man in die Kamera nicht drehen kann. Ich verstehe bis heute nicht, warum, ehrlich gesagt. Hast du es von hier aus nochmal weiter geschafft? Oder noch nicht? Ich war auf den Blöcken, auf den Fragezeichenblöcken. Auf den hinteren auch? Nee. Also, ich würde es, glaube ich, schaffen, wenn ich mit drei Leben hier oben wäre. Dann würde es gehen, denke ich. Nein! Oh mein Gott, es war so knapp. Alter, jo, auf die anderen Fragezeichenblöcke draufzukommen, ist eine Königsdisziplin. Oh, hier ist ein Königsherz drin. Let's go, bin drauf. Wo, 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 wo? In diesen anderen Fragezeichenblöcken. Oh, Bro, das macht das so viel einfacher. Du musst auf diese komischen Mockendinger drauf. Nein! Doch. Yes, ich hab den nächsten Savepoint. Ich warte jetzt auf dich, weil ich könnte jetzt schon prinzipiell zum Robo-Wriggler. So, ich warte und spiele währenddessen Clash Royale. Pff, der absolute Disrespect, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's Königsherz, let's go. Nice! Okay, ich hab den Checkpoint und sechs Leben, Alter. Das ist ja mal, life is good, würde ich sagen, ne? Ja, damit können wir jetzt direkt mal zum Robo-Wriggler sliden. Auf geht's, Mann. Und ich hab grad noch meine Clash Royale-Runde gewonnen. Äh, was gibt's Besseres, oder? Und wir nehmen direkt Schaden, perfekt. Aber wir haben, okay, wir haben ein bisschen Platz. Ah, geil! Oh mein Gott! Geht eigentlich voll fit, ne? Ja, damit kann man leben. Ich hab den ersten Cycle durch, ich hab den ersten Cycle durch. Geil. Aber ich glaub, es ist gar nicht so schwer, wie wir uns vorgestellt haben, ne? Ja, Bro, ich bin verreckt. Ich hab ihn, ich hab ihn besiegt, let's go. Ich hab's geschafft, ich hab den Mond. Hä, Bro, ich bin auch durch, dankeschön. Let's go, dann war das wieder so ein storybedingtes Teil. Yeah, wir haben einen Tag, Alter. Das war, das war ein Krampf. Das war definitiv ein Krampf. Okay, dann geht's jetzt los mit den ersten Monden, ne? Wobei, Moment, 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 Moment. Man kann mit dem Roller fahren. Bro, das ist so ein Lifehack. Ich mach direkt Seilspringen, sag dir ganz ehrlich. Alter, es ist so schwierig, ins Seilspringen einzusteigen. Oh, du sparst jetzt mal, ne? So, zwei, drei. Okay, Alter, der größte Krampf. Los geht's, los geht's. Komm schon. Junge, das sieht so geil aus. Oh, mein Gott, also hab ich mal 25 Stunden verkackt. Oh, versuch's gern mal wieder. Boah, Alter, ich will auch einfach nur anfangen und die sagen direkt schon, du hast verkackt. Geh weg. Oh, mein Gott, als ich das verkackt hab. Was ist denn mit mir? Was, was für Gesche... Oh, mein Gott, also hab ich da... Ich hab da nicht verkackt, Lava, keine Scheiße, Mann. Was für Obst? Ich hab überhaupt nichts falsch gemacht und die sagen, ich hab verkackt, hä? Hä? Oh, mein Gott. Bro, in der Dino-Passage ist einfach keine Lava auf dem Boden. Ja, okay, dann gönn die, Alter. Yes! Woo! Okay, hab nen Mond. Okay, und der zweite Mond, let's go. Wait, ich mach Captain Toad hier hinten. Haha, Captain Toad, ich grüße dich. Baba, lass ein Like unten. Oh, hier ist ein Königsherz. Falls du das möchtest, hier hinten ist ein Königsherz. Ah, wait, 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 wir können aufs Rad, aufs Dach gehen, dann kann ich oben an der Spitze auch nochmal einen holen. Und von oben kann man eigentlich auch ein bisschen was erreichen. Okay, das lohnt sich. Alles klar, Taxifahrer, bringen Sie mich mal durch die Stadt. Okay, jetzt einmal links abbiegen. Nein, nicht rechts, links abbiegen. Oh, ich hätte ne Idee, aber das wird ultra risky. Wait, das hat fun... Oh mein Gott, das hat funktioniert, Alter. Geil, weiter so. Schwindelerregende Höhen. Erregend. Schwindel. So, und direkt noch einer, let's go, Alter. Glanz über dem Pool. Ich hätte noch ne Idee, ich hätte noch ne Idee. Okay, also ich werde als nächstes zu dem Typen auf der Parkbank gehen. Ha, das hat nicht funktioniert, verdammt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Trust the process, okay? Ich weiß noch nicht genau, wo er leider ist, das ist das Problem. Oh mein Gott, in der Sub-Area ist auch kein Mond. Generell, ich glaube, in kein Sub-Area ist ein Mond, äh, ist Lava, kann das sein? Das wäre schön. Ich glaube tatsächlich schon, weil dann kann ich direkt hier nochmal, let's go, zwei weitere Monde holen. Okay, ich mach paar Sub-Areas, aber das ist vielleicht gecheatet, aber ich meine, ich komme halt gerade ganz gut hin. Also... Bro, einfach machen. Einfach machen, ne? Ich bin halt eher so der Machertyp. Wenn sich irgendwer in den Kommentaren beschwert, schreibt mir eine süße Insta-DM, bitte. Und schickt Fußbild... Spaß. Ich wollte sagen, ich schicke Fußbilder. So, let's go. Nochmal zwei weitere Monde. Yeah, ich hab's geschafft, let's go. Wooo. Ich geh nochmal vom Tower aus oben irgendwo hin. Alter, mein Shotgrad ist absolut insane. Nur schade, dass die Lava ein bisschen flackert, aber ansonsten sieht es sehr cool aus. Ich hol jetzt mal den hier drüben, würde ich sagen. Ich hoffe, ich komme da hin, Alter. So, wir fliegen schön im 45-Grad-Winkel. Ha, ha, ha. Oh, ich kann nicht stehen. Geil. So, ich hab den nächsten Mond. Und? Zwei Stück fehlen nur noch? Junge, das ist gerade einfach GTA 6-Feeling. Hallo. Hallo. Zwei Monde brauchen wir noch. Ich hol diesen Kaffee-Mond. Ist mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ich mach das. Alter, der im Boden. Bro, das funktioniert nicht. Das funktioniert. Oh mein Gott. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Als ob den Boden. Ich hab ihn im Boden gekriegt, ja, Mann. Junge, du freaking Maschine. Let's go. Wooo. Okay, Meister. Wollen wir zum Captain Toad? Warte mal, ist das Eiswasser... Warte mal, ist das Eiswasser auch Lava? Ja, natürlich. Digga, willst du mich flaxen? Ja, vor allem, wie soll man sich hier überhaupt bewegen? Ja, Bro, I don't fucking know. Ich seh hier gar nichts wirklich. Ich mach diesen extrem coolen Cappy-Jump. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaub, um das zu wissen, müssten wir Wick den Anfänger fragen. Richtig, genau. Der kennt sowas. Ah, nein! Du kannst ins Wasser! Wait, was? Die Lava ist unter dem Wasser. Ah, lol. Ach so, lol. Äh, aber vorsichtig hier, ne? Meine Güte. Okay, ich steh auf einer Eisstolle, das ist doch schon mal schön. Digga, ist das stressig hier. Ach, du meine Güte. Heiligsblechle, würd ich da sagen. Oh, 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 oh. Alter, ich hab's geschafft. Let's go. Ich bin unten. Digga, ich komm nicht aus dem Wasser raus. Das sind so drei Eisstollen. Du kannst von den drei Eisstollen einen Triple-Jump machen, dann kommst du auf die Eisstolle drauf. Ah, ich weiß, welche du meinst. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh, wait. Digga, ich hab mich einfach teleportiert. Das Ding ist, wenn du nach unten kommen solltest, du musst direkt den Mond machen, der da oben bei den gestapelten Kisten ist. Weil wenn du einmal stirbst, landest du ganz woanders. Dann wirst du ganz woanders hin teleportiert. Also, gibst du mir jetzt die Verantwortung, dass ich diesen Mond hole? Naja, also ich hab's verkackt, ja. Okay. Oh no, ich erinnere mich an, als Vic hier drin geraged, dass alles so schwierig war. Aber Vic ist ja auch ein Anfänger. Richtig. Das kann eigentlich voll funktionieren. Vic ist, glaub ich, echt ein Anfänger. Jetzt, wo ich mir das so recht überlege, glaub ich einfach, dass Vic ein Anfänger ist tatsächlich. Okay, ich bin im Loch. Nein, ich krieg das hin. Vertrau, vertrau. Nein! Aber ey, ich hab's versucht und es war gar nicht mal so bad. Ja, okay, jetzt haben wir das Problem. Jetzt können wir den Mond wahrscheinlich nicht wiederholen. Das sagst du, Bro. Du siehst nicht das, was ich sehe. Doch, easy. Ich bin, ich bin... Ah, man kommt aber wieder auf die Plattform nach hinten. Das geht. Achso, okay. Na gut, dann ist es tot. Oh, fuck, nein. Ich hab's geschafft. Ja, Mario, ich hab verstanden. Die Lava ist... Hot, 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 hot. Hot, 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 hot. Mann, wir sind verkackten... Controller. Genau. Genau. Ich hab's geschafft. Ich hab's endlich geschafft, Digga. Bam, ich hab auch den Mond geholt. Und der Mond ist direkt freigeschaltet. Okay, ich muss nur noch rüberkommen. Ich muss nur rüberkommen. Ja, das ist diese Pustel-Sub-Area, weißt du? Ja, aber das macht Spaß. Ja, man muss dafür ja alle Stachis besiegen, ne? Hä, die sind ja eh schon tot. Ja eben, deswegen Sponsor Falls, direkt immer der Mond, wenn ich reingehe. Ja, das ist toll, dass ich ihn gekapert, aber ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich blick gar nicht, was hier abgeht. Das könnte funktionieren. Rein da. What? Ich hab grad auf die lächerlichste Weise aller Zeiten Schaden genommen, aber ist egal. Ich bin auf Eis gelandet und hab Schaden genommen. Bitte nicht verkacken, ich will nicht nochmal. Bro, 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 Gänsevorhaut. Geil, da ist ein Mond. Rein da. Wir haben einen Mond, Alter. Let's go. Ohne Damage. Ja, 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 ja. Bitte erlöse mich von meinen Qualen. Oh, mein Gott. Probier die ganze Zeit den Mond zu holen, der im Schnee in der Ecke liegt. Viel Spaß. Ist krampft. Kommen wir an die Sub-Areas hin, die so ein bisschen nach oben gehen? Ich weiß es nicht. Ich mach erstmal die andere niedrige. Ah, komm, ich hab ein bisschen Routine drin. Vielleicht geht's jetzt schneller. Ich wünsche viel Erfolg, junger Pader. Waaaaat! Oh nein, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Ist irgendwie der gleichzeitig gestorben. Scheiße. Ja! Ich hab den Mond in der Lava. Let's go. Wooo! Let's go, let's go, let's go, Alter. Na, verdammt. Ich bin im Tor gestorben. Ich bin im Tor gestorben. Aber es war knapp. Sehr schön. Zweite Sub-Area erreicht, okay. Oh Gott, oh Gott. Hm. Schade Marmelade. Okay. Oh Gott, Alter. Kann sein, dass die Sub-Area überhaupt nicht machbar ist einfach. Digga, kann ich die Abrissung drüber schaffen? Maybe. Boah, Digga. Es ist nicht machbar von hier aus. Also, das wird nicht möglich sein, wahrscheinlich. Das kann echt nicht sein, Digga. Das kann echt nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Let's go. Geil. Nächster Story-Mond. Ey, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Genau so schaut's aus. Ich hab's geschafft. Ja, GG. Let's go. Okay, aber das sieht gar nicht mehr so einfach aus. Digga, Mario verbrennt sich unendlich in der Luft hier. Au, au, au. Das ist übertrieben hart, die Sub-Area. Ich glaub, sogar die härteste bisher. Boah, Butter bei den Fisch. Ich glaub, Polarland ist echt am schwierigsten, Real Talk. Boah, es ist wirklich hardcore, weil du halt hier so wenig Optionen hast. Okay, der Trick ist es... Boah, es ist schwierig, Alter. Der Trick ist es, nach einem Leben auf dem Stöpsel zu landen, dann die Käppi zu werfen, weil sie dann automatisch den Stöpsel zieht und dann einen Wandsprung zu machen, um nicht in der Lava zu landen. Ruelt. Oh mein Gott, ich hasse alles. Aber ich glaub, danach geht's nicht mal weiter. Ich bin nicht mehr sicher, wie das überhaupt geht hier. Ich sag's euch, wie es ist. Ich musste die Sub-Area abbrechen und hab mich umentschieden, andere Mode zu suchen. Nein, Mann! Okay. Was? Was? Nein. Aber es war ein guter Versuch. Ein anderes machbar, meine ich. Der in der Kiste oben. Scheiße. Ganz ehrlich, warum ist Mario so eine Pussy und schreit rum in der Lava berührt? Come on! Ja, stell ich mir nicht so an, sei mal ein Mann, Alter. True. Anna, ich bin drin, let's go! Ja, let's go, Alter. Bitte sag, dass du einfach zwei Monate kriegst, weil wenn nicht, ich... Ich weiß auch nicht, Mann. Ah, es gibt da so ein Problem. Ich hab die Mondstücke, aber... Du musst jetzt noch an den Mond oben rankommen. Ja, da musst du sowieso hin. Da ist auch der Zweite. Ach, der Zweite ist auch da? Ach ja, stimmt, da war ja was. Oh, das war, das war sehr, sehr... Mann, jetzt komm hoch, komm hoch! Das war ein guter Try. Hm, rude. Kümmer du dich schon mal am anderen Monde? Ich musste gerade ehrlich nachschauen, ne? Es gibt hier Hinweiskunst, ja? Okay. Und zwar fürs verlorene Land. Das heißt, ich mach die Hinweiskunst, geh zurück, hol im verlorenen Land den Mond. Ja, ich registriere die kurz. Alles klar. Jetzt haben wir die Hinweiskunst, ich weiß auch genau, wo das ist. Ich geh zurück, hol die schnell, dann haben wir einen Mond im Polarland mehr. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Ich hab'n Run, Bro, ich hab'n Run. Digga, ich hab den Mond! Yes! Aber ich bin schon mal oben und hab jetzt gecheckt, wie das grob funktioniert. Alter, das war eine heftige Geburt, Alter. Ich sag's, wie es ist. Bam! Zweiter Mond! Let's go! Alter, bist du ein King, Junge. Ja, aber wo kriegen wir jetzt doch zwei Monde her? Aus kompletter Verzweiflung haben wir uns dann dazu entschieden, Münzen zu farmen, um den Mond im Shop zu kaufen. Ich hol mir jetzt Münzen. Ich besorg mir jetzt Münzen, ist mir scheißegal. Kann Mario nicht bisschen irgendwie, keine Ahnung, Fußbilder verkaufen oder so? Der wird so viel Geld mit Fußbildern verdienen. Ja, ich farm jetzt wirklich Münzen wie so ein Trottel, Alter. Als Wüstenland ist gut geeignet dafür. Hier sind die ganzen gelben Goombas. Das ist doch schön. Auf jeden Fall hab ich jetzt schon mal fucking 47. Was gar nicht mal so schlecht ist eigentlich. Sehr schön. Okay, 50. Ey, Digga, man sammelt so schnell Münzen, wenn man es drauf anlegt. Das ist richtig krass. So, wir haben 81 Münzen. Aber sammeln mal am besten ein paar mehr auf Backup, ne? 121 Münzen. Das sollte reichen eigentlich. Komm, boah, es wird gar nicht mal so einfach tatsächlich in den Shop reinzukommen. Jupp. Digga, der Schlottersportler klingt wie der Freddy Fazbear. Oh, 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 oh. Lol. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich bin im Shop drin. Geil. Ich kauf so voll. Ich hab ihn. Bro, Polarland einfach schwieriger als Cityland. Das ist echt hardcore hier. Aber überleg mal, hier waren es wie viele Monde, die wir brauchen? Ich glaub, 10 insgesamt, ne? Wir brauchen genauso lang wie für 20 eben. Geil, oder? Dann zurück ins Lost Kingdom. Ja, wenigstens klebt du weg, Alter. Das ist schon mal eine klitzekleine Erleichterung. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Bitte komm schon. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Let's go. Einfach Schnauze halten. Ich hau ab hier. Ich stehe auf dem Zaun. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich zur Truhe komme. Okay. Ich stehe auf der Truhe. Auf der Truhe? Nein, nein, nein. Du hast es schon geschafft, Bro. Einfach eine Stempfattacke? Ja, ja. Ja, es müsste. Ich hab den Mond. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Jetzt komm bitte zurück zur Odyssey. Ich will hier sofort verschwinden. Die Odyssey ist leistungsfähiger. Geht doch. So, okay. Ich versuche erstmal direkt da drüben in die Röhre zu gehen. Siehst du, wo ich hingucke? Ja, ich sehe, wo du hinguckst. Das wird niemals was. Ich versuche es trotzdem. Los geht's. Probieren geht überstudieren. Ja, da oben landen. Immer auf der Röhre landen. Komm, ich bin der Odyssey-Profi. Ich bin ja nicht wie Weg ein Anfänger, nicht wahr? Richtig, genau. Ich bin ja der Profi. Auch mit B. Profi. Also, ich rede davon. Ah, bingo. Auf Lock. Ah, lol. Ach, Bro, hier ist nur ein Herz drin. Halt doch dein Maul. Hier, okay. Let's go. Erster Mond, let's go. Junge, weiter so. Aber komm, nur noch neuen Mondes schaffen wir. Guck mal, ich bin hier hinten. Siehst du mich? Ah, ja, ich sehe dich. Hi. Ja, ich glaube, die Cheapcheeps kannst du auch nicht kapern. Könnte schwierig werden, ja? Es sei denn, es sind Lava-Cheapcheeps. Wait, aber warum schwimmen die auf der Stelle? Ich versuche es trotzdem mal, ja? Ja, aber ich glaube, das würde nicht funktionieren. Doch, es funktioniert. Was? Die schwimmen? Die spawnen aber bald. Also, die schwimmen nicht, aber die humpeln halt auf dem Wasser lang. Trotzdem, das kann sehr nützlich werden, denke ich. Den Checkpoint da vorne kriege ich auf jeden Fall. Komm, das ist machbar. Scheiße. Oh, oh. What the fuck? Ich habe es echt geschafft. Weiter so. Okay, easy. Ich kann echt nirgendwo zwischendurch landen. Was ist das denn? Digga, also das Game, die Challenge wird jetzt schwieriger und schwieriger. Ja, ohne Witz, ne? Ich kann auch mir richtig vorstellen, wie der Mod-Entwickler sich immer so gedacht hat, so, na, nee, es wäre zu heftig. Es wäre zu heftig, hier das Wasser wegzumachen. Dann hat er ein bisschen rumprobiert und dachte ich so, machen wir doch. Ja, easy. Ich stehe auf Schmerzen. Warte mal, was ist das denn hier Schönes? Oh, Mann. Ich dachte, da wäre Boden. Wait, ist hier nicht, ist hier nicht ein Boden? No, hier ist einer. Geil. Ich bin schon wieder in Lava gestampft. Irgendwie stampe ich jedes Mal in Lava. Ich mag das einfach. Ja, zwei von zehn. Let's go, let's go. Ja, komm, das wird ein Kinderspiel. Ich könnte versuchen, in die Mitte zu kommen. Es wird niemals was. Es wird niemals was. Niemals wird das was. Niemals wird das was. Niemals wird das was. Niemals wird das was. Doch, vertrau, vertrau. Wunderbar. Seidig funktioniert's. Sag ich doch. Alter, Alter. Oh mein Gott, ich bin so angespannt. Verdammt. What the? Oh mein Gott, ich hab's irgendwie geschafft. Ich hab's irgendwie geschafft, wie auch immer. Ich könnte versuchen, den Checkpoint da oben zu erreichen. Wenn's nicht funktioniert, bin ich halt tot. Bin ich ein toter Mann. Ah, ich hab's geschafft. Digga, das läuft viel zu gut. Was ist hier los? Ich seh schon. Oh, hier ist ein Königsherz, ne? Ich hab das Königsherz. Sehr gut. Oh, das wird sehr, sehr nice. Ja, du kannst den Checkpoint hier oben auch erreichen, in der Mitte. Weißt du, was es braucht dafür? Mindset. Nur Mindset. Ich bin in der 2D-Sub-Area. Hier gibt's, glaub ich, auch zwei Monde, aber ich bin nicht sicher, wie es aussieht, dass hier überall Lava ist, ne? Das ist so verrückt. Es ist so ein Dreck, dass hier kein Wasser ist, ne? Let's go. Ich krieg echt zwei Monde. Ich krieg hier echt zwei Monde. Geil. Let's go. Ach, da drin. Okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Äh, Mann. Ich kotze Babys an, Alter. Mach mal. Ich bin grad so wütend, Junge. Achtung, gleich kommt Mond Nummer vier. Let's go. Hä? Wie machen wir weiter von hier aus? Oh, hier einfach Deckensprung machen. Einfach diesen fliegenden Dude abholen. Ah, toolen. Genau. Hallo. Boah, ich könnte halt den da oben versuchen zu kriegen. Das wäre ultra hard. Das könnte funktionieren, das wird funktionieren. Weil ich ein Macher bin. Ein Macher und kein Lacher. Geil. Okay, nur noch drei Herzen, aber ist egal. Hab einen. Let's go. Ja, bei mir wird die Animation auch getriggert. Ja, ist sehr schön. Hälfte haben wir, komm. Jetzt bin ich ja auch mal langsam dran hier mit Monden abholen. Boah, Digga, als ob hier Lava... Das ist so frech. Aber ich kann in diesen Graben runtergehen. Ah, ich bin bei der Sphinx. Alles gut. Ah, lol. Okay, ja, dann wohl nicht. Yes, guck mal, bei der Sphinx ist Wasser drin. Schön. Let's go, nächster Mond. Woohoo. Es geht voran, es geht voran. Alter, langsam, aber sicher. Oh mein Gott. Ich bin in der Slub Area. Ist die auch? Nee, die ist normales Wasser. Normales Wasser. Das heißt, Nummer zwei Monde, Bro. Geil. Let's go. Nice one. Weiter. Wir haben es echt gleich geschafft, Junge. Wir haben es echt gleich geschafft. Boah, ich hoffe, hier ist ein Checkpoint. Ich hoffe, hier ist ein Checkpoint. Oh, okay, ist gar keine Lava. Alles gut. Und ein Checkpoint und ein Mond, Alter. Huh. Let's go. Alter, ist ja fast so wie Weihnachten. Let's go. Oh, übel. So. Zack, 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 zack. Das könnte funktionieren hier drüben, was ich hier gerade plane. Oh mein Gott, Alter. Ah, Leute. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin gerade bei der Stelle, wo sowieso Lava ist. Oh, wir haben es. Ah, hier drüben, ne? Hier irgendwo, hier irgendwo. Ha, Bro, pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Alter. Jo, das ging viel zu schnell. Ah, viel gut. Oh, ich stehe auf. Bro, ich stehe gerade auf Lava. Kann man machen, auf jeden Fall. Ah, wir haben es geschafft, ey. Schade. Du hast gerade einen Bug ausgelöst. Äh, WTF? Wenn du bei einer Animation auf Lava stehst, kannst du drauf laufen. Ja, entspannt, würde ich sagen. Was sollen wir denn tun? Äh, ernst genannte Frage. Ja, wo fängt man an? Digga, wir können das ja nicht mehr irgendwo ranhängen. Das ist ja so schlimm. Ich glaub, wir sollten diese Pfeile hier am, äh, Pfeiler, Pfeile? Pfeiler, Pfeiler, ja, ja. Die nutzen. Hä, wie? Ach so, ich bin nicht drauf gelandet, ich vollidiot. Nein, das kann nicht sein, nein, das kann nicht sein, nein, das... Hä? Hast du noch ein Königsherz? Ja. Wow. Ich muss mal da hinten. Ich hab einfach mein Königsherz weggeworfen. Oh, hier hinten kann man stehen, auf jeden Fall. Das ist gut. Also, nach sechs Leben hab ich auch irgendwann gecheckt. Jo, man kann nicht drauf stehen. Ah, stark, stark. Okay, aber das geht fit. Das geht tatsächlich fit hier noch, der Anfang. Okay, 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 okay. Genau, jetzt steh ich hier hinten, okay, top. Kommen wir in die Hotheads irgendwo? Ah, da, da ist ein Hothead. Da, 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 da. Aber wie kommt man da hin? Haben ihn, let's go. Alter, let's freaking go. Das war richtig stylisch, ich hab nur noch ein Leben leider. Aber, wir haben den Hothead. Ja, ich hab's nicht geschafft. Aber das Ding ist, der Boden ist ja Lava, das heißt, ich kann überall schwimmen, richtig? Ich kann, ich kann ja in Reetalk überall schwimmen. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, Dicker, ich kann, glaub ich, voll viel damit holen, oder? Weil das ganze Kingdom ist ja wirklich Lava. Alter, das ist, das ist stark wie Tony. Ich, ich, das ist nicht ziemlich overpowered eigentlich. Also, es sieht jetzt mal gar nicht so schwer aus. Ich, ich will mich nicht zu früh freuen, aber es sieht eigentlich echt in Ordnung aus gerade. So, guck, ich kann, ich kann hier überall schwimmen. Das, das geht alles fit. Hä? By the way, du darfst keine Wände berühren. Ich bin gerade an der Wand gestorben. Dicker, was? Ah, die machen es tatsächlich sehr einfach heute. Gut. Ah, okay. Erster Mund, let's go. Ich werd wieder hochgehalten. Junge, let's go. Kein Problem. Ja, let's go, ich hab's geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich oben auf diesem, auf diesem spitzen Dach. Siehst du mich hier oben? Äh. Ach, Yoda. Stylish. Stylish. Okay, wir können hier, oh mein Gott, ich kann hier lang, ich kann hier lang, ich kann hier lang. Ich kann hier lang schwimmen, auch wenn es ultra knapp ist. Äh, wir haben jetzt gleich nur ein dickes Problem und zwar der Brutal Fight. Den kann man nicht skippen, den müssen wir machen. Ja. Der ist story relevant. Nee, deswegen, ich glaube nicht, dass wir da mit dem Hothead hin können, ne? Nein, 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 nein. Oh Mann, ich kann mich da runterfallen, das war so ein Pain. Bist du hier runtergefallen? Ja, ich bin runtergefallen, richtig dämlich. Kannst du den Mund holen? Na klar, ich bin schon hier. Jetzt hast du deinen Hothead auch verloren, jaja. Ja, egal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Pala. Hi. Krieg ich das hin? Ach du Scheiße. Ah, es geht eigentlich, das ist eigentlich die normale Challenge, glaube ich. So. Wunderbar, sehr schön. Wir haben drei Monde. Sehr, sehr sexy. Ey, warte mal, soll ich mal was probieren? Gucken Sie mir zu. Yes, yes. Okay, let's go. Nein. Stark, ey, das sieht so weird aus, ne? Wuhu. Alter, the next moon. Ja, den hab ich ja eben gemacht. Ja, den Mond hast du gemacht? Ja, das meine ich doch, den hab ich doch gerade gemacht. Bei mir wurde er nicht angezeigt. Ich dachte, hier hinten wär irgendwo ein Mond. Nein, nein, nein. Was war der? Ich meinte den. Ha, 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 ha. Doppel-gum-moppelt hält besser, sagt man so schön, oder? Digga, jetzt hab ich komplett umsonst meinen Hothead weggeworfen. Ja, ich glaub, wir brauchen wir grad mal eh nicht. Ich glaub, der Hothead ist gerade mal tatsächlich unnötig, weil, weswegen wir die Boss-Stage betreten, verlieren wir sowieso unsere Kaperung. Ich geh mal hier rüber auf den Stein. Ich glaub, hier kann man tatsächlich mal stehen, ausnahmsweise. Tatsächlich, ja. Ah, cool. Okay, hier gibt's auch Blöcke, mit denen man hochkommt. Ja, aber die Frage ist, wie soll man gegen den Brudel fighten? Bruder, das hab ich... Ich hab keine vernünfte Ahnung. Aber wir können erstmal auf jeden Fall... Warte mal, ich... Okay, es wird direkt getriggert. Die Sequenz wird direkt getriggert. Warte mal kurz. Ich will das mal betreten. Ah, okay, man landet... Och, du Scheiße. Hi. Oh, Jemini. Oh mein Gott, Alter. Egal, nur einer muss es schaffen. Ich mach, ich mach, ich mach. Okay, ich hab ihn schon mal ein Leben abgezogen. Scheiße. Oh mein Gott. Das hat er hochbounced, WTF. Digga, ist das so schwierig, dass wir jetzt zu zweit stehen, ne? Ja, ich guck mal von außen zu. Das ist dein Job schon wieder. Digga, WTF? Ich hab's irgendwie... Okay, komm, 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 komm. Bro, ich kann gar kein Herz einsammeln. Das ist so bitter, ne? Ich hab ihn. Alter. Aber ich glaube, ich werde sterben. Ich denke, ich werde sterben. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich hab ihn. Let's go. Oh! Das sieht so cursed aus, diese Animation. Ja, okay, aber wild. Also wie gesagt, den müssen wir machen. Das ist ein Story-Mode, den muss man auf jeden Fall abschließen, sonst geht's nicht weiter. Äh, was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, das ist ein Story-Mode, den müssen wir abschließen. Nein, davor. Äh, ich weiß es nicht, hab ich wild gesagt? Ja. Oh, sorry, es tut mir leid. Jetzt bin ich so rausgerutscht. Ja, okay, alles gut, das kann man piepen, kein Problem. Alter, das sieht ja normal aus. Ja, die Sub-Aries sind echt normal anscheinend. Auf, wie geht's? Hier hinter dem Gebäude ist ein Mond. Mach du den, genau, dann mach ich hier. Geil, wuhu! Dann kannst du mal die Mondsplitter sammeln. Oh mein Gott, Alter. Okay, da vorne ist noch einer. Ich schwöre, diese Mondsplitter-Scheiße wäre entspannter, wenn aber die Plattformen konstant in Lava versungen werden. Aber dadurch, dass die manchmal ihre Position ändern, ist es schwieriger. So, let's go. Ein bisschen Schwierigkeit muss sein. Dann haben wir die Mondsplitter auch noch. Okay, wir haben schon mal ein Drittel hier. 6 von 18, um genau zu sein. Digga, hier in dem Giftwasser zu schwimmen ist voll ASMR. Ich hab hier oben noch einen, den ich mitnehmen kann. Ja, kein Problem, Alter, kein Problem. Hast du den Mond abgeholt? Sowas von. Geile Meile, number 7. Yes, sir. Wir können auch gleich noch einen direkt mitnehmen, weil hier vorne bei den Kisten, ich bin gerade in der Stadt, ne, oder quasi beim Zentrum. Oh mein Gott, hier ist Lava, warum auch immer, das gibt gar keinen Sinn. Ha, okay, ich hab ihn. Let's go. Ich glaub, das Schlemmerland läuft besser, als man denkt. Ah, ja. Also, kleiner Spoiler, du kannst nicht in der Stadt stehen. Scheiße. Ja, das verwundert mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Nein, nein, aber auch auf den Gebäuden und sowas. Das ist einfach überall Lava, auch wenn es nicht angezeigt wird. Okay, okay. Boah, ich könnte versuchen, die Rübe zu kriegen. Mann, das ist nicht geil, wenn Lava nicht gekennzeichnet ist, wirklich. Ey, Mann, das ist so eine Scheiße. Ja, das geht nicht. Ey, du hast ja auch noch eine. Oh mein Gott, hier sind so viele Monde gerade, das ist richtig angenehm. Ja, ja, wie gesagt, Schlemmerland wird, glaub ich, in Ordnung, weil, äh, ich will mich zu einer Sub-Area aufmachen, wo es zwei Stück wieder gibt. Perfekt, Alter, perfekt. Nee, Shop lohnt sich nicht, aber ich könnte ins Casino gehen. Ingame. Mann, ich brauch nur ein Hothead, mehr brauch ich nicht. Ich glaub, ich geh mal ins Casino, ja. Mach das mal. Ingame. Okay, sehr schön, ich bin drin. So, ach, scheiße, ich hab nicht genug Münzen. Ich kann nicht spielen, ich bin broke, Alter, ich bin wirklich broke. Und direkt erst mal sterben, perfekt. Okay, wir brauchen zehn Münzen, alles klar. Weil hier vorne sind auf jeden Fall drei Münzenringe. Geil, ich hab den nächsten Mond, let's go. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hab hier schon zehn von 18, ich glaub, wir müssen echt nicht mal den, den, den Vogel machen. Nee, never. Ich bin gespannt, ob in der Sub-Area irgendwas anders ist. Nee, Digga, die ist normal. Ja, Sub-Area sind meistens normal, tatsächlich. Ist auch gut so eigentlich, ich möchte mich gar nicht so beschweren, ne. So, nächster Mond, let's go. Nächster Mond, let's go. Komm, ich hab schon 13 Münzen, let's go, let's go, let's go. Ja, guck mal. Herzmond. Okay, sehr schön. Hab ihn, let's go. First try. Obwohl ich das noch nie gemacht hab. Ja, fehlen nur noch fünf Monde. Let's go. Ah, es geht übel schnell. Es geht grad echt übel schnell, muss ich sagen. Aber es ist sehr entspannt, dass man hier so als Hothead rumdüsen kann. Wollte grad sagen, ich hab grad wieder einen Hothead gekapert auf die edelste Art, aber... Nice. Hä? Hier ist doch keine Lava. Hä, 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 hä. Soll mich ja nicht stören. Nächster Mond, let's go. So, eigentlich kann man hier abkürzen, das krieg ich jetzt leider aber nicht hin. Wait a second. Oh mein Gott, what? Oh, bro, es wird... Eine knifflige Aufgabe haben wir auf jeden Fall. Oh mein, nee, es geht fit. Es geht fit, es geht fit. Ah, so einfach wird das vielleicht doch ziemlich. Okay, so, der nächste Mond kommt, Maestro. Oh mein Gott. Warum muss das randomized sein? Warum muss das randomized sein? Geil, nächster Mond, bro. Ich bin grad dabei, mit dem Hammerbruder das Ding aufzumachen. Der nächste Story-Mond, du weißt Bescheid. Ich hab auch vorhin kurz überlegt, aber ich hab mich echt nicht dabei gesehen. Ja, es geht. Ist auch nicht so geil, muss ich sagen. Ha, ha. Okay, ich setz mir jetzt eine heftige Aufgabe, ich will den Mond da oben holen. Ohne Motion-Controller ist man so am Arsch, das ist echt der Wahnsinn, Digga. Ernst, meine Frage. Egal, passt schon. Okay, jetzt nur noch an den Mond rankommen, Alter. Das wird gar nicht mal so einfach. Du müsstest ja eigentlich irgendwo hier sein, bei dem Hammerbro, ne? Hier bin ich. Hier bin ich, ja. Das geht besser. Dann sammle ich schnell den Mond ein, das ist wie gesagt ein Story-Mond. Da müssen wir dir auch eine Sequenz kommen. Okay, sagst du schon? Yeah, let's go. Hä, das ist ja auch keine Lava drauf. Achso, ja, hier. Ja, ja, das ist ja auch aus der Lava rausgekommen. Das ergibt schon Sinn. Ja, aber warum nimmst du keine Lava mit nach draußen? Ja, okay, ergibt keinen Sinn tatsächlich, aber egal, wir nimmst einfach hin, oder? Ich will mich jetzt nicht beschweren, ich will mich jetzt ehrlich nicht beschweren darüber. Beschweren kann man sich ja weniger, ne? Ich mach den hier oben, oder? Oh Mann, den wollte ich mir holen. Das hab ich gerade angekündigt. Komm, wir gehen zusammen hoch. Auferkampf. Ah, ha. Ah, verdammt. Ich bin direkt unter Mond gestorben, also ich bin direkt darunter, wirklich. Oh shit, oh shit, oh shit. Den kannst du gerne holen. Dann hol ich mir den letzten, dann haben wir es schon geschafft. Ja. Jetzt gibt's auch wieder einen. Digga, wir haben den vorletzten Mond. What, dass man hier so schnell 18 Monde sammelt, WTF? Machen wir uns einfach gemeinsam da hoch heaten? Teamwork, okay? Teamwork. Apes together strong. Pass auf, ich halte mich in der Luft an, okay? Jetzt, ich bleib hier. Ah, Junge, das ist so ein Cheat. Ich liebe es. Der Schnappschutzmodus, ja, ja. Bro, wenn ich auf dir springe, bin ich nicht höher, als wenn ich eine Stampfattacke mache und springe. Warte, ich kann aber so machen. Jetzt aber. Oh, jetzt aber. Jetzt muss so laufen. Okay, wait a minute. Kann sich nur Minuten handeln. Ey, Mann! Ja, Bro, mach du das. Moment. Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, ansonsten mach ich gleich meinen Controller kaputt oder so. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Wenn ich die Lava berühre, bist du einfach fucking... Oh, mein Gott. Ah, nein! Nein! Wenn ich ein Leben verloren habe, hätte ich das geschafft, Mann. Aber wie du schon gemeint hast, kann sich nur noch um Minuten handeln. Ja, 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 ja. Let's go, ich hab's. Ja! Alter! Let's go! Auf der hervorstehenden Felswand. Wir haben es geschafft. Digga, war es ein Dreck, wirklich. War es ein Dreck. Ab zurück zur Odyssey. Ich hab keinen Bock mehr. Aber damit haben wir jetzt das längste, letzte Kingdom durch, ne? Tatsächlich, ja. Außesland wird relativ kurz, auf jeden Fall. Ruinenland sowieso. Ja, und Mondland ist eigentlich nur noch der Final Boss. Oh, mein Gott. Alter, ich glaub's nicht. Oh, nein! Ist das ein Drache, Alter? Oh, mein Gott. Also, ich bin im Ruinenland. Und das sieht stylisch aus, auf jeden Fall. Man nimmt direkt zwei Schaden. Perfekt, genau. Ja, ich hab auch direkt zwei Schaden genommen. Äh, ja gut, wir müssen wahrscheinlich einfach hier am Zaun entlang, ne? Das ist an sich nicht das Problem. Das Problem ist der Boss-Fight, auf jeden Fall. Äh, gibt's hier nicht irgendwo ein Königsherz? Nein. Aber es gibt einen Schock. Echt nicht? Naja, mit welchen Münzen? Ah, ist ne andere Sache. Vor allem, weil die Odyssey kaputt ist, kommen wir nicht in andere Kingdoms zurück. Naja, man kommt auf jeden Fall leicht hier oben hin. Also, wir können, um uns hochzuhalten, erstmal auf jeden Fall den anderen Mond unten nehmen, ja? Das sollten wir wahrscheinlich sogar tun. Da kommen wir uns relativ einfach... Ah, hier sind Münzen! Hier sind Münzen! Oh, scheiße, das ist Lava. Also, da ist keine Lava zu sehen, aber man darf da nicht stehen anscheinend. Du darfst nur auf der Truhe stehen. Oh, je, mini. Er ist ja voll der Bait. Oh, das... Ja, das ist... Kann lustig werden, auf jeden Fall. Ja, und wie komme ich wieder nach oben? Hahaha, rude. Kannst du dich so auch nicht supporten, dann hast du wenigstens drei Leben. Ah, stimmt. True, true that. Vor allem, was geil ist, wenn wir gegen den Drachen verlieren, müssen wir jedes Mal wieder von der Odyssey aus starten, ne? Ja, das ist so lustig eigentlich. Rude. Warum hat Crafty sich hierbei gedacht, ja, lass mal einfach mit einem Herz starten? Das ist doch so unfair, wirklich. Wenn wir jetzt in TOTK werden, könnte ich auch einfach mit Deckensprung hoch. Naja. Bro, wenn wir jetzt einfach in dem Spiel Superman wären, würden wir da hochfliegen. Oder ein Dragon Ball, einfach so eine riesige Genki-Dama auf den Drachen. Was will er machen? Was will er machen, Herr Bruder? So. Okay, los geht's. Es würde uns halt gar nichts bringen, ne? Oh, oh. Wow. Scheiße. Digga, direkt ein Leben verloren. Wow. Hä? Oh mein Gott. Kannst du mir sagen, wie der Fight funktionieren soll? Nö. Oh mein Gott. Hä? Wir haben also ein bisschen gegoogelt und mussten feststellen, dass dieses Kingdom wohl nur mit der Peach Amiibo machbar ist, um ein Königsherz zu bekommen. Mit drei Herzen ist dieses Land nicht machbar. Leider hat keiner von uns beiden die Peach Amiibo und da wir uns dann ziemlich verarscht vorkamen, haben wir das Land einfach übersprungen und machen jetzt mit Bowsers Land weiter. Aber es wurde nicht weniger schmerzhaft. Let's go. Schleich dich in Bowsers Festung. Let's go. Machen wir das mal, oder? Oh, und ich verliere direkt wieder zwei Leben. Ich liebe mein Leben. Ich kann es nicht ganz einschätzen, aber ich glaube, Bowsers Kingdom wird machbar sein. Ey, ich hoffe es. Ich hoffe es, Meister. Gibt's hier nicht am Anfang schon direkt einen Mond? Wir brauchen ja nicht viele Monde, ne? Ich weiß aber gar nicht genau wie viele. Verdammt, zwar dämlich. Richtig dumm einfach. Acht oder so? Ich glaube auch acht, ne? Vielleicht sollten wir übers Dach gehen. Kann man übers Dach? Oder ist es zu weit weg? Ich denke, es geht eigentlich. Das sieht machbar aus, ne? Das ist schon eigentlich, ne? Hä? Was? Woran bin ich denn gebongt? Ei, ei, ei. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Heute ist wirklich eine Herausforderung, Alter. Aber das Tor ist offen. Das heißt, eigentlich die unsichtbare Wand müsste weg sein. Sollte man meinen. Oh mein Gott. Ah ne, es funktioniert. Ich bin auf dem Dach. Okay. Ich ziehe meine Aussage zurück. Ja, aber Bro, was macht man denn dann, bitte? Bro, du bist auf dem Dach und hier ist nichts. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Bruder, WTF. Hier ist nichts. Ach, du Scheiße. Ähm, wir können auf dem Switch da vorne stehen, theoretisch. Ah. Teste jetzt mal, ob das funktioniert, ne? Ja, es hat funktioniert. Ja, jetzt auf dem Zaun. WTF. Da fehlen ein paar Zentimeter. Ja, ich habe ja noch ein Leben mehr. Ich habe noch zwei Leben zum Glück gerade. Ja, okay. Mit zwei Leben ist es wahrscheinlich sogar machbar. Aber schon eine Hardcore-Challenge. Ja, alles hier eigentlich, ne? Also. Ja, okay. Du hast recht, ne? Freunde, habt ihr eigentlich schon ein Like dagelassen, Freunde? Das ist das Mindeste, wirklich. Ich habe es geschafft. Ich habe es erstaunlicherweise geschafft. Geil. Ich bin im Stromastron, sehr schön. Krass, dass ich das geschafft habe, hätte ich nicht gedacht. Ich gehe mal schon vor, in der Hoffnung. Oh mein Gott. In der Hoffnung, den Checkpoint zu erreichen. Ich habe den Checkpoint erreicht. Wunderbar. Das sind schöne Momente. Geil, das ist richtig stark. Wie Tony. Genau so. Ich mache dir schon mal ein bisschen Platz hier vorne, indem ich hier rübergehe. Oh mein Gott, Alter. Okay, das hat mich noch ein Leben gekostet, tatsächlich. Erstaunlich. Ja, Peak Mats wird wahrscheinlich nichts. Schade, Schokolade. Digga, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles wirklich nicht mehr aus. So, ich gucke dir jetzt von hier oben zu. Wo bist denn du? Ich bin auf der nächsten Insel halt, aber ich kann runtergucken. Ach, du siehst mich, wenn ich jetzt hüpfe? Ja, ja, doch sehe ich. Also ganz knapp. Ich sehe immer mehr, am höchsten Punkt sehe ich dich. Das sieht witzig aus aus meiner Perspektive. So ein sehr, sehr entferntes Schauspieler einfach. Ich bin so auf den billigen Plätzen ganz hinten. Wie beim Superbowl. Du bist in der letzten Reihe, hast trotzdem 3000 Dollar gezahlt. Herr von Umlaut, jetzt schaffen sie es aber. Ja, wunderschöner Sprung. Wunderschöner Sprung. Ja, das ist ja kein Problem. Jetzt beginnt die Schwierigkeit. Genau, jetzt darauf landen und ja, 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 ja. Ja, na also. Jetzt bloß keinen dicken Fehler machen. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alles gut, du kannst drauf stehen bleiben, du kannst drauf stehen bleiben. Du musst nur rausgehen. Ich bin so nervös. Hey, jetzt wirft es nach vorne, Mario. Ja, das ist so ultranervig. Genau, ja, ja, ja. Das kann nicht sein, das ist wie ein Magnet. Ich sehe es, Alter, ich sehe es. Dann machen wir da Stampfattacke und landen von oben drauf. Das schaffst du. So Sprünger hast du dich schon 1000 Mal gesetzt. Ja. Ja, na also. Man kann da drauf stehen. Ja, man kann da drauf stehen. Ja, ich weiß, man kann da drauf stehen. Oh mein Gott, Alter. Ach, Leute, das ist ein Mond. Das habe ich gar nicht gesehen. Warte kurz, dann hole ich schnell den Mond. Sterbe aber auch direkt. Boah, ich merke, Junge, die Laune geht immer weiter in den Keller bei dir in dieser Mod. Wir haben es ja bald geschafft. So, wunderbar. Dann noch direkt nächster Checkpoint. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Alter, ist das schön. Ja, Digga, was an der Abzocke. Nein, man stirbt direkt. Du musst direkt nach links gehen, Alter. Oh, ist das unfair. Nein, zurück, 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 zurück. Ah, Mann, was? Ich habe keinen Bock mehr auf die Mund. Ah, shit. Junge, ich habe so viel Spucke gerade verloren. Oh mein Gott. Die Leute sehen den psychischen Schmerz nicht, den wir hier ertragen, weil wir schon seit locker zwei Stunden hier dran sitzen. Und nur an technischen Problemen gearbeitet haben. Das war gerade bei mir so ein Trauerspiel. Ne, gar nicht. Ach, halt dein Maul. Man kann uns schon direkt dagegen lenken. Ja, okay, das ist eigentlich voll easy. Geil. So, Savepoint ist da. Gleichzeitig erreicht es, sehr schön. Ich gehe mal auf den Zaun da drüben. Verdammte Scheiße. Ja, same. 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 Ich sage dir ganz ehrlich, ich hole die Noten. Oh, hier ist ein Herz, hier ist ein Herz, hier ist ein Herz. Boah, Digga, wie willst du das in der Reihe mal schaffen? Ich mache einfach, ich bin ja so der Machertyp, weißt du? Ne, ich bin nur ein Lacher, deswegen frage ich. Sag mal, ich habe mal irgendwie so 75% der Noten gesammelt. Ähm. Ich habe keinen Motion Control, das macht es quasi unmöglich. Kannst du mir sagen, wie wir hier rüber kommen sollen? Wollen wir nicht einsammeln, den Mond? Ne, 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 wir haben genug Monde, das passt schon, das passt schon. Bro, wie soll man, wie soll man das schaffen? Wir landen auf dem Zwischenpoint, aber wir müssen den Dude besiegen. Das wird kein, da beißt die Mousecat Faden ab, ne? Ja, warte, ich habe eine Idee. Lass Papa umlaut mal machen. Oh nein, das wollte ich nicht machen. Ja, kannst du sagen, es ist schiefgegangen. Ja, schiefgegangen wie besoffene Menschen. Ich hatte eine bessere Idee. Oh, okay, vergiss das, die Band ist viel zu hoch, das habe ich nicht gesehen. Der Bratan bleibt der gleiche. Er schlägt beide Reihen nicht zu, wenn du hier stehst. Die Worte ist doch einfach Spielspaß und Freude. Und er bewegt sich, natürlich muss er sich bewegen, wenn ich gerade auf ihn springen möchte. Wir stellen uns gerade ein bisschen dumm an vielleicht. Oh, ich habe noch zwei Leben, das ist mal außergewöhnlich. Scheiße. Boah, ist das hart. Der Dude ist richtig hart. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, ich habe Schmerzen. Digga, oh mein Gott. Bro, bist du oben? Also ich habe es geschafft auf jeden Fall. Aber nicht nur das, sondern ich habe gerade einfach den fucking 64-Clip geschafft. Ah, ja, ja. So sah das in etwa gerade bei mir aus. Das war mega abgefuckt. WTF. Aber weißt du, was geil ist? Für mich ist die Tür auch offen. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott, ey. Was eine Rotze. Und hier ist ausnahmsweise mal normaler Boden. Ja, muss auch, Adikas. Es geht echt nicht ohne. Also hier geht definitiv nicht ohne. So, bin schon drin. Tschüss. Oh mein Gott, ist das unfair. Du musst ein bisschen nach gerade weiter auslaufen. Also du landest kurz vor der Plattform. Okay, 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 okay. Hä? Aber ist okay, das schafft man. Alles gut. Wie gesagt, man muss nur ein bisschen nach gerade auslaufen. Dann passt schon. Okay, wir sind im Mittelhof angelangt. Hier, die Treppe ist normal. Die Treppe ist nicht normal. Sie gibt nur aus, normal zu sein. Ich könnte so kotzen manchmal wirklich, ne? Unsagbare Schmerzen. Wollen wir uns zusammen kotzen? Gerne. Und was machst du auf YouTube? Ja, ich spiele Super Mario. Ja, ist ja mega entspannt. Kommt drauf an, ne? Das ist Ansichtssache. Bleiben die Mondsplitter gesammelt? Die Mondsplitter bleiben gesammelt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Oh! Oh! Yes! Nächster Savepoint. Wunderbar. Oh, diese Treppe. Kann man auf der Treppe laufen? Nein. Oh Mann, nein! Warte auf meine Antwort. Ah, shit. Wir haben aber ein Problem. Weil für einen Mond brauchst du diesen Piekser. Da musst du so seinen Stachel ins Loch stecken. Ja, ich weiß, ich weiß. Jo, 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 jo. Monsieur Freunde, Leon hat mich letztens gefragt. Jo, hast du Bock mitzumachen bei dem Projekt? Ich hätte Nein sagen sollen. Ja, ich auch. Jeder macht Fehler, würde ich sagen, ne? Ja, okay, jetzt habe ich ein Problem. Also, WTF, über das Dach gehen. Ja, guck mal, ich bin hier oben. Ja, wir müssen über das Dach gehen, tatsächlich. Kann man auf das andere Dach schon rüber oder muss man erst den Story-Mond einsammeln? Ne, da kommst du nicht dran vorbei, glaube ich. Da kommst du, glaube ich, nicht dran vorbei. Wobei doch, man könnte dran vorbeikommen, aber das geht, als bringt dir nichts, weil du da nicht, äh... Wobei, versuch mal, versuch mal rüber zu gehen. Nein! Oh, verdammte Scheiße. Pass auf, ich hole kurz den letzten Mondsplitter. Tun Sie dies. Okay, sehr schön, ich habe ihn. Könnte mal sein, dass ich draufgehe. Okay, aber ich glaube, den kriegen wir. Den müssten wir kriegen. Achtung! Geil! Erfolgserlebnis. Von Brutal übrigens habe ich auch sehr, sehr viel Angst. Also, habe ich aktivier kurz den Checkpoint. Digga, diese Ver... Nee, ich achte auf deine Monetarisierung. Aber diese Stromleitung, Alter. Die Stromleitung! Neeein! Oh, Mano! Hi. Fun Fact, ich mag die Stromleitung nicht. Weil das Ding ist, da oben auf dem Dach, ist ein Mond, den würde ich mir gerne mitholen. Ja, versuch den auch zu holen. Ist gar nicht mehr so schlecht, eigentlich. Okay, ich habe den. Alter, ist der nervig! Ist der nervig hier, Junge! Alter, ich bin auf dem Dach drauf, Bro. Sehr gut, sehr gut. Jetzt noch mal gucken, ob die Statuen auch von der Lava laufen können. Sie können in der Lava laufen. Geil! Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kann ich jetzt noch mal zwei Monde holen. Moment, bitte. Ich warte auf sie. So, jetzt noch der zweite hier vorne. Du kannst auf den Steinen stehen. Hast du auch hingekriegt. Okay, sehr gut. Hier vorne ist ein Loch im Boden. Pass auf, dann hole ich den auch noch schnell. Ganz flink, ja. Geil, das sieht viel zu geil aus, wie du hier so rumhoppelst. Wunderbar. Wir haben sechs Monde. Das langt ja. Wir haben sogar schon genug, weil wir brauchen ja nur acht anscheinend, ne? Okay, aber jetzt kommen die Fights. Ach, die Fights! Ja, die Zwischenfights, Meister. Von dann gibt es hier nicht irgendwo ein Königsherz? Ich weiß es nicht. Äh, ja, ich glaube in der Kiste da hinten oder so. Wow, wie soll dieser Fight möglich sein? Äh, willst du Hopper machen? Topper, Topper heißt der, glaube ich, ne? Jeder von uns kann ein Fight machen, ne? Das wäre sinnvoll, ja. Ich kümmere mich um die Tante hier drüben. Ja, Bro, wie zum heiligen Bimbanius soll ich das schaffen? Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir auch nicht unbedingt beantworten. Oh, oh. Wobei, es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, wenn du sechs Leben hättest. Bei mir schon, leider. Oh, das ist ein Herz! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, alter Maul. Was ist das denn? Ja, ich kann direkt von vorne machen. Alter, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich konnte erfolgreich landen, ne? Zwei Leben und ich hab... Oh, oh, ich hab ganz unnötig ein Leben verloren. Nein! Alter, ich bin wirklich verreckt, Digga, no way. Aber ey, es ist möglich, es ist möglich. Ich bin mir sehr sicher, dass da ein Königsherz ist. Oh mein Gott, ist das nervig, ach du Scheiße! Bruder, Harry, das wird ein absoluter Albtraum. Also so, ich bin jetzt zweimal gestorben, ich hab hier noch nicht ein Leben abgeziehen können bisher. Ja, okay, rest in peace. Hier ist kein Königsherz, nur normales. Ist das krank. Ich wusste nicht, dass es krank ist, aber... Was würde ich jetzt dafür geben, um Harry jetzt zu skippen, einfach? Geld und Reichtum. Davon hab ich ja genug. Ich kann direkt... Alles heisse, ich hab drei Leben und der Dude hat nur noch ein Leben. Okay, let's go. Er ist besiegt. Und eine Statue ist bei mir schon mal weg. Hab sogar noch alle drei Leben. Shish Kebab. Aber ey, sieht auf jeden Fall lustig aus, wie du da hinten kämpfst. Ist tatsächlich gar nicht so lustig, wie es ausschaut. Oh, komm her, du blöde Schnäpfe. Digga, die ist so weit weg, ich kann überhaupt nichts machen. Die ist halt so weit weg, wirklich. Digga, das ist unmöglich einfach. Scheiße. Wenigstens war der erste Treffer gelandet. Aber ich hab nur noch ein Leben, also das kannst du vergessen, es wird nichts mehr. Bro, kannst du nicht hier irgendwie in die Arena kommen und mir kurz... Digga, warum nehme ich denn Schaden, was? Das Gute ist, ich kann ja am Anfang einfach stehen bleiben. Ich muss hier gar nichts machen, tatsächlich gerade. Ich muss warten, bis sie rüberkommt. Ich muss lucky sein und hoffen, dass sie rüberkommt zu mir. Weil das Ding ist, die läuft ja irgendwie random im Kreis. Aber die muss direkt vor mir sein, damit ich wieder zurückkommen kann, zurückdiven. Aber es geht nicht, sie läuft ja voll in die andere Richtung. Digga, da komm ich nicht hin. Geil. Nein, so unnötig. Ja, toll, hab ein Leben verloren, hat sie nicht mal gekriegt. Ach du Scheiße, war das dumm gerade. Ey, das Leben wär so viel einfacher mit einem Königsherz. Ja, ich bin tot. Zwei Leben wenigstens abgezogen. Und das Ding ist, wenn ich das dritte Leben abgezogen hab, bin ich automatisch safe, weil ich wieder auf der Safe-Plattform lande. Das, ich sag dir ehrlich, ich glaub, das ist die Hertha zur Stelle bisher. Was ist hier denn los? Oh, ich könnte so kotzen, wirklich. Vor allem, weil die Hälfte des Kampfes einfach warten ist. Einfach warten. Ach, halt deinen Maul, wie kann man so reinscheißen? Wie kann man so dumm sein, wirklich? Was ist das denn? Oh, ist das nervig, gar nicht mehr. Okay, zwei Phasen überstanden. Ich will nicht mehr, wirklich. Jetzt ist es mit dem UFO zweimal passiert. Ich hab gerade zwei von drei Leben verloren, nur weil ich durch das UFO getroffen wurde, obwohl ich nicht hätte getroffen werden dürfen. Armin, ich könnte versuchen, zum Shop zu gehen, aber ich hab keine Münzen. Also, es ist... Wie soll ich an Münzen rankommen? Ich guck jetzt mal in den Shop rein, ob ich noch was ist. Das Königsherz kostet gerade mal 50. Digga, ich hol mir das scheiß drauf. Nein, ich hol mir das. Das ist mir scheißegal. Aber ich kann mich immer wieder neu teleportieren. Dann krieg ich jetzt mal wieder elf Münzen. Dann möchte ich das noch zweimal machen, dann hab ich das Königsherz. Egal, ich mach das nur mit Königsherz. Es geht mir so brutal auf den Sack. So, ich hab sechs Herz, Alter. Kein Bock mehr wirklich. Es geht mir so brutal auf die Nerven. Ja, 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 ja. Du dummer Bitch. Ich hab sie. Herr von Umlaut. Ich hab's geschafft. So. Das war ohne Übertreibung, mit Abstand, der schwerste Mond, den wir hier bisher gemacht haben. Ihr seid extra bisher. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt ja noch was schwereres, aber ich glaub nicht. Also, Meister, was schätzt du, wie lange haben wir gebraucht? Beziehungsweise du. Unironisch, 45 Minuten. Ja, Freunde, gute Quote, oder? Jetzt bin ich selber in diesen Fight reingegangen wie der grüßevolle Idiot. Geil. So, let's go zum nächsten Save-Point. Ich brauch neues Territorium, ich sonst drehe ich hier komplett durch. Ich bin stark verwirrt. Äh, wie man da jetzt zwar am besten hochkommt? Ja. Boah, warte mal, ich hab ne Idee. Okay. Ah, ja, ich bin auch verwirrt. Selbst am Meeresboden. Ah, wait. Cool. Wir haben den Mond, ne, ja. Ja, aber das ist weniger unnötig. Also bringt uns ja gar nichts. Aber ich hätte eine Idee, maybe. Ah, die ist vielleicht ein bisschen weitergeholt wie ein Eisbär im Zoo. Ja. Ah. Uh, ich verstehe. Okay, wir sind auf dem Dach oben schon mal. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt, ehrlich gesagt. Aber wir nehmen jeden Ansatz mit, den wir bekommen. Ähnlich wie bei der Haartransplantation. Richtig, genau so. Der war stark, sag ehrlich. Der war, der war, der war stark, ja. Ja, wahrscheinlich muss man irgend so einen Impossible Jump da raushascheln. Der ist drin, der ist drin. Das geht echt. Digga, wir sind so lost. Guck mal, ich zeig dir mal, wie es funktioniert, okay? Nein, 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 warte, warte, warte. Wo bist du? Guck mal, ich bin hier hinter. Ja, ich seh dich nicht, umschweißen, weil du dahinter bist. Warte, hier oben bin ich. Guck mal, guck, guck. What? Wie das denn? Bro, wir sind so lost. Wir denken viel zu kompliziert. Moment. Digga, einfach so. Ey, das geht. Aber dann wird es schwierig. Da muss man aufpassen, wie man am besten landet. Warum dachte ich, warum war ich so überzeugt davon, dass es nicht funktionieren würde? Okay, es macht tatsächlich ein bisschen Zeit. Mario, ich hab keinen Bock mehr auf mein Leben. Wir müssen zu diesen Blöcken da oben hin. Ja, ist schwer zu beschreiben, aber weißt du, was ich meine? Diese Bowser-Blöcke da. Oh mein Gott, das schafft man nicht. Nein, das ist zu weit. Das geht nicht. Ich weiß nicht wie, aber das ist der nächste Sprung anscheinend. Wo bist du hin? Ach, da ist auch Lava. Ah, da ist auch Lava. Ja, zu diesen Blöcken dahinter. Da ist ein Mond und dann komm mal mit einer Röhre wieder nach oben raus. Dann hätte ich wenigstens wieder drei Leben. Aber da kommst du nicht rein, weil das ist auch Lava. Das ist irgendwie überall hier einfach. Oh mein Gott, guck mal, wo ich bin. Hast du es geschafft? Ja, das ist tatsächlich möglich, Bro. Bro, was? Ich hab's eben nicht mal auf die Ebene da hoch geschafft und du kommst auch noch viel weiter. Ach, halt den Nammel. Ja, Mama. Ja, aber Bro, was dann? Oh nee, muss ich ernsthaft auf den Zaun? Lass mal hier oben ein bisschen chillen, dies, das Ananas. Bei mir fehlt mindestens ein halber Meter WTF. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ja, Bro, was soll ich sagen? Wicke ist ein Anfänger. Ja, aber Bro, ab hier... Ah, die Stempfattacke hat mir gefehlt. Schade. Okay, neuer Versuch. Aber der nächste Step wird wahrscheinlich der Zaun da hinten sein. Also, Bowsers Land ist mit Abstand, glaube ich, der schwerste Land. Ja, ohne Spaß, Mann. Also, ja, ohne Spaß auch im Sinne von, ja, es macht keinen Spaß. Dicke, das fehlt so viel. Wie soll das machbar sein? Ja, ich war oben. Ah, kacke. Oh mein Gott, ich hab's hoch geschafft. Einmal, aber ich bin direkt gestorben. Ah, ja, 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 ja. Beim Rollen? Ja, ja, beim Rollen. Ja, ja. Okay, okay, ich hab's mal wieder auf die Blöcke geschafft. Meine Güte. Das ist unmöglich, Digga. Da fehlt so viel. So, ich hätte ne Idee. Ah, fuck, Alter. Ah, das könnte funktionieren mit Balljumps. Haben sie's geschafft? Nein, noch nicht bisher. Ah, nein, es war so knapp, es war so knapp. Ich war so einen Millimeter daneben. Ich krieg das hin. Oh, nein, nein. Ich war auf dem Zaun wieder runtergerollt. Ich hätte's fast geschafft. Ich hab's, ich hab's. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Let's go. Naja, weiter geht's, würde ich sagen, ne? Wir haben sogar diesmal hier so ein Piekser herumstehen. Aua. Nein, zerquetsch mich nicht. Was? Alter, wie? Bro, wenn du das sehen könntest, ja, ich bin tot. Aber vielleicht muss man diesen sehr freundlichen Sohn weglocken. Ah, Bro, Lifehack. Du kannst dich an diese Dinger hängen. Hab ich voll vergessen. Du kannst dich an diese Fahnen hier in der Lava hängen. Ach, lol. Ach, nee, der checkt das dann nicht. Nein! What the fuck, Alter? Mein Piekser ist runtergestürzt. Wie ist das denn möglich? Oh mein Gott. Oh. Nein! Das war so knapp. Oh, was war das denn? Das war voll cool. Ey, Mann! Digga, du musst dir das weglocken. Ey. Hab's. Ich bin an der Wand. Let's go. Geil. Oh mein Gott, aber es ist halt echt durch Motion Control deutlich einfacher, muss ich sagen. Also Respekt, dass du das ohne schaffst. Okay, nächster Checkpoint erreicht's ja schön. Nächster Checkpoint ist erraten. Warte mal, was? Bro, was soll ich tun? Ich weiß es doch nicht. Einfach sterben, ich hab keinen Bock mehr auf diese Mod. Bruder, jetzt wird's hart. War es nicht gerade schon ultimativ hart? Nee, nee, jetzt ist richtig hart so. Wie Kevin Hart? So hart wie Kevin Hart ungefähr, ja. Ist hier drüben irgendwas, um hochzukommen? Nee, hier sind Münzen. Ach, du Scheiße. Was soll ich tun, Alter? Ich bin komplett aufgeschmissen. Da oben, maybe. Alter, was? Mann, dann wirf doch in eine Richtung, Mario. Also man braucht den Pikmatz anscheinend, auch hier oben. Heißt, ich muss nochmal runtergehen, muss mir den Pikmatz nochmal holen. Also, der Punkt ist, der nächste Checkpoint bringt dir absolut gar nichts. Wirklich gar nichts. Weil du den Pikmatz von unten brauchst. Das heißt, du musst es in einem Run schaffen. Hab ich eben auch schon vermutet, aber... Boah, hat sich wohl bewahrheitet. Ja genau, jetzt hast du es, jetzt hast du es, jetzt hast du es. Neeein! Ich kotze! Das geht aber eigentlich echt voll fit hier. Boah, Bruder, wie soll ich das denn jetzt darüber schaffen, bitte? Alter, okay, ich hab's ein Stückchen, ein Stückchen, ein Stückchen weiter geschafft. Das wird doch niemals funktionieren. Ja, erst recht, ich weiß nicht, wenn man sich so dumm anstellt. Meine Fresse. Ach, Mann, ooooh! Heute ist so ein schöner Tag, lalalala. Ja, geht doch, let's go. Der Stapfer hat mich fast runtergeheatet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt musst du aber gut aufpassen, ja, jetzt musst du gut aufpassen. Und jetzt hier... Nein, das gibt es nicht, warum springt der da vorne? Scheiße. So, jetzt, Achtung. Was? Ich würde dir so gerne meinen, äh, Pixar geben. Ich würde dir auch gerne mal meinen Pixar zeigen, du. Ja! Pass auf, ich glaube, wir müssen so machen. Hier an der höchsten Stelle. Mhm. An der höchsten Stelle, die, wo gehen tut. So. Dann nach vorne schnicksen. Und dann auf dem Checkpoint landen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Uh, stark. Ich hab's. Let's go, finally. Oh mein Gott, ich hab's endlich nach oben geschafft. Meine Güte. Nächster Checkpoint erreicht. Geil. Wir haben's geschafft. Wir sind quasi am Ziel. Wir sind quasi am Boss. Hä? Ah, guck mal. Bro, guck mal. What? Ich bin Jesus geworden, Diggi. Spring mal drauf. Hä? Du kannst ja auch hier draufstehen. So, Meister, bist du ready, dran zu jumpen? Ich bin dran, let's go. Oh, Scheiben. Digga, nein, warte noch kurz. Ich bin verreckt. Epischer Fehlschlag. Los geht's. Juhu. Junge Bowser, du Lackaffe. Hier ist ja nirgendwo Lava. Geil. Ja, aber die Stage ist noch dahinter. Darf man nicht vergessen, ne? Es ist normal. Es ist normal. Was? Der Fehl ist... Oh. Halleluja. 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 Was ein Segen, Alter. Oh mein Gott, ich dachte schon, das wird jetzt auch so eine Katastrophe mit einzelnen Spots und so eine Scheiße. Ey, ich hätte geweint. Wie viele Leben haben die vier, ne? Ja. Ja, Topper fehlt das noch. Hab ihn. Let's go. Einfach abgekürzt, Digga. Einfach dreist abgekürzt. Kein Bock mehr, Digga, wirklich. Yes, let's go. Oh mein Gott, das war das schlimmste Kingdom mit gewaltigem Abstand, wirklich. Bowser's Land ist ein nicht schönes Land. Nee. Kann man so sagen, ja? Ja, badabadu. Ich will das nie wieder machen, wirklich. Lava. Auf den Stein? Du hast nicht vergessen, Low Gravity macht einen riesigen Unterschied, ja? Ja, aber siehst du hier überhaupt irgendwas? Aber ja. Die Säule hier vorne wahrscheinlich wird das sein. Gehe ich mal von aus zumindest. Aber vorsichtig, du darfst ja nicht mit dem Longjam drauf landen, weil die zerplatzt sonst, glaube ich, auch. Alter, und jetzt? Genau, das meine ich. Oh wait, da vorne ist eine, ne? Da vorne ist auch noch so eine Säule. Digga, ich sehe die einfach nur im äußersten Kamerawinkel. Ja, jetzt zerplatzt die Scheiße. Ja. Dote. Ja, das Mondland wird auch Spaß machen. Ich sag's, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt auf der Odyssey spawnt. Man spawnt nicht auf der Odyssey. Aber ich hab wenigstens... Nein, ach Mann, Alter. Oh, Bruder, als ob man nicht auf der Odyssey spawnt. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Hey, ich bin hier gelandet. Let's go. Wuuu. Ah, lol. Ich seh die überhaupt nicht aus meiner Perspektive. Oh, ja, aber jetzt. Jetzt ist tot. Jetzt komm ich da nicht mehr hin. Rude. Oh, mit einem zweiten Leben könnte es maybe funktionieren. Ja, dafür muss man am perfekten Anfang auf der Odyssey landen. Ja, das geht schon. Das hab ich eben auch hingekriegt. Ach, scheiße. Aber wenn man in der Lava springt, hat man gar kein Low-Gravity-Ding. Ja. Okay, ich hab's rüber geschafft. Oh, der Fragezeichen blockt davon. Bruder, was ist das für eine gottlose Scheiße? Das Mondland bietet echt nicht viel Fläche, ne? Ah, hier ist noch eine Plattform zum Zwischenlanden, okay. Aber es könnte... Es wird echt was irgendwie. Also es klappt ganz gut bisher. Hä? Und dadurch, dass man so langsam fällt, hat man sehr viel Zeit. Ich hab ein Königsherz. Hier ist ein Königsherz. Alter, ist das richtig unwichtig, Mann. Oh, nein. Ich geh aber davon aus... Ach, Leute, es ist ein Block oben drüber. Oh, mein Gott. Also es ist gar nicht mal so schwer bisher. By the Ray, kleiner Lifehack. Falls du wieder sterben solltest, wenn du in die Odyssey gehst, kriegst du danach wieder drei Herzen, ne? Okay, aber das hab ich ja nicht mehr nötig. Nicht mehr. Oder was? Was soll ich jetzt machen? Alter, da hinten ist der erste Checkpoint. Okay, got it. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Also es ist ja wirklich viel zu weit weg. Ich hoffe echt, ich kann hier vorne stehen. Wenn nicht, bin ich jetzt tot. Bro, hier sind Kilometer dazwischen. Das funktioniert nicht. Dumm. Dumm, 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 dumm. Richtig unnötig ein Leben verschenkt, wirklich. Fuck. Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Okay, gar nicht gut. Hi. Öfter hier? Guck einfach, wo ich hinspringe. Ja, da bin ich auch hingesprungen. Jetzt so einen Käppi-Sprung. Zack. Ach, du musst diesen Käppi-Sprung wieder mitnehmen. Ja, natürlich. Das ist so ein Scheiß. Und jetzt in Richtung Fragezeichenblock, weil da kommt noch ein anderer Ding auf den Weg. Ein anderer Stift quasi in der Lava, auf dem man stehen kann. Und jetzt auf den Fragezeichenblock. Musst du direkt auf den Fragezeichenblock oder kommt noch irgendwas davor? Da kommt noch einer auf den Weg, aber den siehst du noch nicht. Aber wenn du in Richtung Fragezeichenblock springst, dann kommt der genau auf den Weg. Das wirst du dann sehen. Okay. Jetzt wirst du sehen, Achtung, Achtung, jetzt muss er da kommen. Ja, ich sehe. Genau, dem musst du drauf landen. Und jetzt kannst du theoretisch auf den Block, wo ich bin. Ich spreche schon mal weiter. Aber oben drüber ist noch ein unsichtbarer Block. Und da ist ein Königsherz drin. Ah, über dem Fragezeichenblock? Yes, yes, yes. Geil. Ey, sehr, sehr wichtig. Scheiße, ja, ich bin tot. Kann man auf diesen Stein da vorne landen, die da so ein bisschen aus der Lava rausgucken? Ja, ja, kann man. Okay, das wird auch nochmal wichtig sein. Aber was kommt danach, frage ich mich. Ich sehe schon mal in der Ferne einen Safepoint. Ja, ja, ja. Kann man nicht mit sechs Leben da irgendwie gegenhechten? Da ist doch dieser eine Oktopus. Ja, ja. Rechts daneben ist auch wieder so ein Stift. Den siehst du aber auch noch nicht. Ah, Digga, ist auch wieder so eine Kacke, ne? Aber ohne Spaß, da frage ich mich auch wieder, warum passt das so genau? Als ob Nintendo das gewollt hätte einfach. Bro, der ist ja aber Kilometer weit weg. Geil, ich habe es gerade so. Wow! Zehn Punkte für Gryffindor! Okay, sehr schön, ich stehe auf dem Pfosten drauf. Und jetzt müsste ich eigentlich auch mit vier Herzen den Checkpoint erreichen da vorne. Oh mein Gott, endlich mal wieder Fortschritt. Einfach vorsichtig spielen, ne? Einfach vorsichtig spielen. Ja, mit vier Herzen wird vielleicht schwierig, aber auf jeden Fall erreiche ich den Checkpoint. Ah, never mind. Ich schaffe es sogar mit vier Herzen. Zwei. Ja, bin tot. Okay, aber wir haben wieder einen Checkpoint. At least. Ich hoffe, der bringt mich irgendwie voran, aber ich glaube fast, ich werde da wieder in Lava spawnen. Der Checkpoint ist ein Bait. Wow. Digga, ist das dreckig. Obwohl, wie kann man da nicht einfach eine Plattform hinmachen, dass man da nicht stirbt. Ey, Mann! Wir sind so am lecken. Ich hasse alles. Gruselige Mario Odyssey-Fakten. Manchmal würde ich echt in meinem Pro Controller einfach auseinanderreißen. Boah, ich fühle zu sehr. Wait, ich könnte vielleicht hier rüber gehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Machen Sie es. Ich kotze einfach, wenn das hier nicht funktioniert. Doch, man kann hier stehen. Man kann hier stehen. Let's go, Alter. Mann! Es schaut gar nicht mal so schlecht aus. Aber bitte, ey, das ist so anstrengend hier die Stelle. Ich könnte auch den Sprung hier rüber schaffen, aber ich will mich irgendwie nicht trauen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde. Nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht, Alter. Ich trau mich das nicht. Ich trau mich nicht. Ich muss auch sofort dran denken. Dann haben wir den safen Sprung. Der geht auch fit auf jeden Fall. Und ich könnte den nächsten Checkpoint erreichen. Ich hab auch theoretisch vier Herzen, aber ich glaub nicht, dass der Moonskip machbar ist, Bro. Ich weiß nicht, ne? Ja, dann geh durch die Mitte, ganz ehrlich, scheiß rauf. Geh durch die Mitte. Wir machen die Höhle, wir machen die Höhle. Ich glaub nicht, dass der Boden eine Lava sein wird, weil es Up-Area und so. Und selbst wenn, es sind viele Kaperungen auf dem Weg, also... Ja, ja. Ich hab's grad ziemlich weit geschafft in einem Run. Sehr gut. Ich hab sechs Leben. Ich hab sechs Leben wieder, stimmt ja. Geil. Alles easy. Ich, voll daneben. Späte. Hallo, Schnee. Hallo. Komm, rein da. Gehen wir gemeinsam rein. Okay, let's go. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht wirklich. Das ist normal. Ja. Halleluja. Ja, alles andere wäre auch nicht möglich gewesen. Let's go. So, ich bin bei den Hammerbros. Geil. Any person speedrun gerade. So, die Alte ist weg vom Fenster. Wie festgenommene Spanner. Ich verstehe's, weil die am Fenster sind, weil das ja Spanner sind. Weißt du? Ja. Ja. Kann man jetzt einfach hier raussteppen? Ja, ja. Also, hoffe ich. Ja, I don't know. Wie viel Leben hast du noch? Vier. Ja, hier ist direkt so... Warte mal. Okay. Ja, das kann man zum Save... Aber der Savepoint ist auch ein Bait. Ich glaub, wir müssen auf den Teppich, Digi, aber wir brauchen... Nee, warte, wir brauchen einen Savepoint. Auf dem Teppich kann man nicht stehen. Da kann man nicht stehen. Nein. Ja, was machen wir denn jetzt? Hangeln. Stimmt. Geht das hier? Ah, sieht echt gut aus, ne? Aber hangeln ist actually eine nice Idee. Ja. Sehr lustig eigentlich. Man braucht tatsächlich auch wieder den 6-Monde-Ding. Und muss einfach mit diesen Lava-Bounces rüberkommen. Dick, alter Maul. Ich geh nicht mal Wall-Jump, Alter. Vergiss es. Vorbei. Ja, vorbei, Alter. Vorbei. Vorbei. Feierabend. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Leider kommen wir ohne Peach-Amiibo tatsächlich nicht weiter. Das ist aber halb so wild, da das Finale so oder so wie im Wolkenland schon machbar gewesen wäre. Man hätte einfach von Plattform zu Plattform springen müssen. Die Flucht mit Bowser verläuft wieder normal. Ich hab sie aber trotzdem gespielt. Und als kleinen Bonus seht ihr hier noch das Pilzkönigreich. Oh, ist das schön hier. Mmh. Alles so pilzkönigreichig. Mmh. Aber wir können mit dem Roller einfach über Lava fahren. Entspannte Nummer. Nioh. Ich will nicht mehr. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Films. Wenn ihr mehr solche Riesenprojekte sehen wollt, checkt gerne die Playlist hier ab und abonniert Davids und meinen Kanal. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Projekt in diese Richtung gewesen sein.